Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hat Chris Rock im neuen Bad Boys ein Cameo? Wir verraten es euch und das war Attention Grabbing und das ist die Besprechung von Bad Boys Right or Die. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite sind zwei, ich möchte nicht sagen Bad Boys, vielleicht dann eher Bad Man, vielleicht Bad Old Man, das sollen sich selbst entscheiden. Hallo Zero. Hallo. Und hallo Timo. Ich muss gerade mal lachen, ich muss gerade mal lachen. Ist gut, ist gut. Ja, ihr Lieben, wir haben uns zusammengefunden, um den vierten Teil der Bad Boys Reihe zu besprechen, der am 6. Juni in die deutschen Kinos kommt und der sich wieder vereint. Die beiden Bad Boys Martin Lawrence und Will Smith. Wie der Film so ist, das werden wir gleich erfahren, darüber reden wir gleich. Zuerst müssen wir natürlich so, ja, Business as usual erstmal abhaken, wie wir eigentlich zu dieser Reihe stehen. Timo, kannst du uns eben kurz einen kurzen Abriss liefern, Bad Boys, eine Liebesgeschichte oder mehr so eine Hassfreundschaft? Boah, das ist eine sehr diffizile Frage, weil ich mich irgendwie entliebt habe in den letzten Jahren. Ich glaube Bad Boys 1 ist einer der Filme, den ich bestimmt mindestens ein halbes Dutzend Mal gesehen habe. Den hatte ich damals mir von Bekannten auf Premiere zusammen mit 00 Schneiderjagd Nihil Baxter aufgenommen oder habe ich mich aufnehmen lassen und habe beide back to back geguckt, anstatt für eine Geometrie-Mattearbeit zu lernen. Und ich muss schon sagen, das Verhältnis hat sich umgekehrt. Ich habe damals, als ich glaube, boah, was war ich denn, so 96, 97 dürfte es gewesen, so 12, 13-Jähriger, war ich von Bad Boys Hammer geflasht und von 00 Schneider nicht so. Ich würde es heute eher umgekehrt sehen, denn ich glaube, diese Bad Boys-Reihe ist nicht so richtig rewatchable, weil mir immer mehr Sachen auffallen, die echt mein ganzes Gutfinden ins Stottern und Stocken und ins Schwanken geraten lassen. Ich finde, der erste hat irgendwie echt ein Skriptproblem, das ist kein gutes Drehbuch, kein gutes Pacing, man merkt, dass es ein Erstling, man merkt, dass Bay ganz viel selber noch investiert hat, also im Sinne von Drehbuch umschreiben, Improvisation, am Ende hat er sogar eine Explosion selber gezahlt. Aber der ist handwerklich halt irgendwie gut gemacht, muss man sagen. Und man merkt schon, diese Bay-isms, die er da anfängt, das übertreibt sich natürlich im Zweiten. Da habe ich gleich eine Frage an dich. Und dann muss ich ja zu meiner Schande gestehen, dass ich den Dritten, ich muss es wirklich, ich finde es sind mildernde Umstände. Ich habe den in der Pandemie gesehen, eine sehr Film-Neuheiten-Armuts-Arme-Zeit und ich habe dem damals vier Sterne bei Letterboxd gegeben. Und dann habe ich den jetzt nochmal vor dem vierten gesehen und hui, also weiß nicht, vielleicht hatte ich dann doch auch schon die erste Infektion, ohne dass ich es wusste, weil der ist mal auf zweieinhalb runtergesackt, der Bad Boys for Life. Ich mache so ein East Coast-Zeichen gerade. Ich möchte auch kurz anmerken, wenn wir jetzt hier demnächst in der Besprechung immer sagen, Bad Boys for Life, dann meinen wir den vierten Teil, weil es irgendwie so seltsam ist, dass das for Life sich so gut eignen würde für den vierten Teil eigentlich. Ja, das stimmt, das stimmt wirklich. Ja, stattdessen heißt der jetzt, ich habe es schon vergessen. Ride or Die. Ride or Die, genau. Spoiler-Alarm? Nee. Nee, ich muss sagen, also die Bad Boys-Reihe. Ich dachte immer wirklich, das wäre eine lustige, tolle Filmreihe. Die stinkt ja gegen sowas wie Lethal Weapon und ich weiß, dass natürlich jetzt mit einem großen Kaliber verglichen, stinkt die ja total ab, weil die irgendwie, ich komme da im Laufe des vierten Teils nochmal drauf zu sprechen. Nee, also wirklich keine herausragende Action-Buddy-Komödie-Reihe, muss ich sagen. Ich gehe mal kurz dazwischen, weil ich das Gefühl habe, dass der Zero vielleicht ein bisschen optimistischer der ganzen Reihe gegenüber steht. Was? Ja, ich sehe es tatsächlich ähnlich wie der Kollege Timo. Den ersten Teil habe ich vor ein paar Jahren mal wieder geschaut und ich war wirklich überrascht, dass der für mich gar nicht so richtig als Action-Film funktioniert, sondern wirklich mal als Kriminalgeschichte mit so ein paar Action-Versatzstücken. Er ist aber in der Hinsicht interessant, weil du halt während des Films wirklich so Augenzeuge wärst, so die Geburtsstunde des Michael Bay, wie wir ihn kennen. Also das ist wirklich ganz interessant und da befinden sich auch wirklich Szenen, ich sage nur diese rotierende Kamera, wenn sie so aufstehen in Zeitlupe, die ja seitdem in jedem Bad Boys-Film oder in jedem Michael Bay-Film eigentlich vorkommt. Deswegen schwacher Erstling, aber aus filmhistorischer Sicht nicht uninteressant. Den zweiten finde ich ganz furchtbar, wobei ich da auch sagen muss, Action ist halt schon geil. Also diese eine Verfolgungsjagd auf der Brücke ist an und für sich super, aber der Film ist mir jetzt zynisch. Aber dennoch bei dir einen Stern, wie ich gesagt habe. Ja wirklich, ich halte diesen Film nicht aus. Ich finde den nervtöten, ich finde den menschenverachtend zynisch und das ist einer der großen Kritikpunkte an der ganzen Reihe. Ich finde die beiden Bad Boys halt einfach wirklich nervig, aber dazu dann später vielleicht mehr. Den dritten habe ich damals im Kino geguckt und es war und ist bislang, ob sich das ändert, werden wir gleich erfahren, für mich der beste Teil der Reihe. Aber auch ich habe den bei Letterboxd mit zweieinhalb von fünf Sternen bewertet. Das heißt, ich glaube, man kann es raushören, ich würde mich jetzt nicht als Fan bezeichnen. Aber wer vielleicht die Fahne des Fantums hier hochhaltet, hält meine ich, ist der Werte Zero oder etwa nicht. Zero, klär uns auf. Bei Menschenverachten war ich gekauft. Ja, ich fange von vorne an. Der erste Bad Boys, da ich ungefähr, glaube ich, fast, wenn ich so in der gleiche Jahr bin wie Timo, habe ich auch im gleichen Alter geguckt, fand das mega geil. Der wurde auch aus der Bibliothek ausgeliehen und, glaube ich, totgewatcht, bis die Kassette kaputt war oder, glaube ich, Blu-ray sogar schon. Und danach kam der zweite, der war natürlich komplett drüber, da wurden Leichen auf die Straße geschmissen und überfahren, es sind Leute durch die Luft geflogen, einfach mal so und es wurden viele erschossen. Und ich fand das mega geil, also wirklich mega geil. Das war für mich damals ein Viereinhalb-Sterne-Film. Ich fand den richtig geil, da war alles drin, was sich so ein krankes, jugendliches Herz so gewünscht hat bei mir. Er hätte für mich noch natürlich expliziter sein können, so Richtung Horror, aber das ist halt ein Action-Film, ich fand den so geil. Im Gegensatz zu Stu, finde ich halt auch die Chemie zwischen Will Smith und Martin Lawrence, finde ich ganz funny, wenn sie sich ein bisschen so ankacken gegenseitig. Also das hat für mich ein gutes Feeling. Der dritte dann wiederum, da war ich dann schon irgendwann ein bisschen älter, da war ich eher gehypt wie die beiden Regisseuren. Hab mir den angeguckt und überlegt und fand den auch in Nuancen gar nicht verkehrt, also ich fand ihn noch gut. Aber mir hat dann halt dieses abgefuckte, richtig durchdrehende aus dem zweiten, da ging mir ja voll ab. Jetzt hab ich sie alle natürlich auch gerewatcht und man muss sagen, das sind keine Filme, die du dir heutzutage anguckst und 100% sagst, boah, sind die geil. Die haben schon da ihre Fehler und die sind halt nicht wirklich zeitlos, das muss man sagen. Und die haben auch bei mir alle mindestens einen halben Stern dann verloren. Ne, da bin ich bei dreieinhalb. Also noch auf vier bei Bad Boys. Ich hatte den damals noch nicht auf Letterboxd bewertet gehabt, aber ich find den, ohne schon zu viel zu weg von dem zu nehmen, immer noch einen der besten, weil der für mich halt alles reinhaut, was komplett drüber ist. Kann aber Stus einwand verstehen, da hab ich nämlich, weil da hat man schon mal drüber nachgedacht, warum, wieso. Ja, ich seh's ja auch, aber es ist mir scheißegal, ich will das sehen, da könnten noch mehr Köpfe rumfliegen oder so, mir wär's so egal. Oder noch mehr nackte Brüste, ey, das war der Traum früher. Also nicht mit einer Toten unterm Ding liegen, jetzt nicht falsch verstehen, aber halt große Brüste war früher halt mal so ein Ding. Und das hat halt auch... Du, ich möchte nicht zu viel sagen, ich glaub der Trend große Brüste ist auch aktuell immer noch im Vogue. Ich glaube, große Brüste werden uns... Zeitlos. Ja genau, zeitlos. Ich glaube, das ist kein Ding der 90er. Also, würde ich mal so sagen, glaube ich. Ich meine, hey, hier sind drei Männer, Krone der Schöpfung unterwegs, was sonst, wir können alles sagen, was wir wollen. Ganz wichtig, drei weiße Cis-Männer, einer davon sogar mit der Basecamp auf. Grüße an dieser Stelle an die Leute, die damit nicht klarkommen. Aber Frage an Zero. Findest du nicht diese, ohne jetzt du den Moderationsjob zu klauen, findest du diese Kabeleien, Frotzeleien, diese Klischee-Buddy-Movie-Dinge wirklich interessant oder wirklich echte Kabeleien? Oder bist du eher auf meiner Seite? Ich find die nämlich, die wirken wahnsinnig aufgesetzt und überhaupt nicht organisch wie in... Ich bin wieder bei einem großen Kaliber Lethal Weapon. Also, ich meine, allein der Aufbau, der nicht vorhanden ist bei Bad Boys. Wir begegnen Mike Laurie und Marcus Burnett zum ersten Mal, indem sie im Porsche von Mike Laurie sitzen. Und die sind dann halt schon eine Verbindung. Während bei Shane Black Lethal Weapon sich fast einen halben Film Zeit nimmt, um diese Beziehung aufzubauen. Deswegen, ey, ich find's so aus heutiger Sicht Bad Boys. Ich frag mich, also man muss das immer wieder sich klar machen, das ist jetzt der vierte Teil von diesem Franchise. Das ist schon, find ich, eine Hausnummer. Auf jeden Fall. Nicht viele Franchises haben vier Teile. Du hast schon nochmals gesagt, der Vergleich mit Lethal Weapon ist natürlich sehr, sehr gemeint. Das ist schon doch die Krone der Schöpfung bei Body Cop, Action, Comedy ist auch drin. Also, mit allem da ist das schon ganz weit oben. Und ja, ich war früher halt ganz klar Prince of Baird-Fan. Und ich hatte da schon genug Connection zu Will Smith. Mir war egal, wenn der den reingeschmissen hat, fand ich's einfach cool, dass der da ist. Und Martin Lawrence war für mich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall jetzt nicht ganz so die große Nummer. Aber hat sich da für mich gut eingefügt. Und jetzt bin ich ja mit denen auch, ja, jetzt insgesamt vier Filme zusammengewachsen. Auf das kommen wir nachher ja auch nochmal. Und da seh ich da drüber ein bisschen den Weg. Aber ich seh, natürlich seh ich die Fehler, dass die gar kein Föhrchen Aufbau haben. Das sind einfach, die schmeißen uns da rein. Das könnt auch einfach als Sketch. Und es ist halt auch wirklich so, dass, wie Timo sagte, es fängt halt direkt bei Stufe 5 und 5 irgendwie an. Und es entwickelt sich ja auch null. Also, die Bad Boys, die wir in Teil 1 sehen, sind im Prinzip die gleichen auch in Teil 3. Klar, sie sind älter und haben ihre Wehwehchen. Und der eine hat jetzt einen Ehering am Finger. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass es jetzt irgendwie eine Entwicklung der Charaktere gibt. Das, ich will auch ehrlich sagen, das habe ich auch gar nicht erwartet. Aber bei einem Leap of Weapon, und das ist natürlich schon die oberste Rangart, wenn es um, ja, Cop- oder Buddy-Movies geht. Da, finde ich, ist das schon, wird jetzt auch erarbeitet. Oder auch ein schönes Beispiel, nehmen wir mal sowas wie die Nice Guys, wo das so auch sich organisch so nach und nach entwickelt. Und Bad Boys war wirklich so, hier ist Bad Boys, beste Freunde, take it or leave it, und das war's. Und das wirkt halt schon ein bisschen faul, vor allem, wenn man bedenkt, das klingt ja jetzt so, als ob diese vier Teile so innerhalb der letzten zehn Jahre rausgekommen sind. Aber der erste Teil ist jetzt auch schon fast 30 Jahre alt. Ja, und wenn selbst die beiden Leads, also Lawrence und Smith vor dem dritten Teil, weil es so lange her ist, nämlich 17 Jahre zwischen Teil 2 und 3 waren, sich quasi Teil 1 und 2 nochmal angucken mussten und ein paar Wochen quasi abhängen mussten, um wieder so in Charakter zu kommen, dann merkt man auch schon, finde ich, eines der größten Probleme dieser Reihe, weil ich mir wirklich die Frage stelle, wo ist denn jetzt die Identität? Also Mike Laurie ist, das wissen wir aus dem ersten Teil, ist ein Rich Kid, also ein schwarzes Rich Kid, der trotzdem Polizist geworden ist. Und John-Marcus Burnett hat einen Brady-Bunch von Kindern, also echt irgendwie aus dem ersten Teil vier, fünf und eine Frau. Und das sind deren Charaktereigenschaften und dann frotzeln die miteinander. Und das reicht mir ehrlich gesagt nicht so ganz an Fleisch. Also das müsste schon ein bisschen mehr kommen. Und das Problem an dieser Reihe ist wirklich, dass mit jedem Film irgendwie was Neues hinzukommt, ohne das Alte etabliert zu lassen, ohne das Alte irgendwie auszubauen. Sondern es ist dann einfach so gegeben und da muss man auch ganz ehrlich sagen, so was in Teil drei dann angefangen wurde, was in Teil vier auch fortgesetzt wird, nämlich die Geschichte von Mike Laurie macht dann letztendlich gar nicht so viel Sinn und ist eher unschlüssig und nicht so wenig, also echt nicht kohärent erzählt. Und das ist jetzt, ich bin mir bewusst, dass es eine Action-Reihe oder eine Action-Comedy-Reihe ist, mit sicherlich anderen Schwerpunkten und anderen Dingen im Fokus. Aber das ist schon irgendwie ein bisschen schwierig. Aber da würde ich gerne gleich nochmal drauf eingehen, auf die Transition zwischen Teil drei und Teil vier. Ich würde jetzt gerne nochmal ein bisschen, bevor wir uns jetzt wirklich um den Film kümmern, den vierten Teil, nochmal ein bisschen reden wollen über das, was du schon gesagt hast, Timo, das ist die Chemie bei Mike Laurie und wer ist der andere? Markus Burnett. Weil mein großes Problem, und das war tatsächlich in den ersten beiden Teilen viel, viel schlimmer als jetzt im dritten und vierten, ich fand auch nie, dass es ein Duo war, das auf Augenhöhe agiert hat. Es war immer so, dass Mike Laurie, also Will Smith war immer der Coole, der Mackerer, der Typ, der immer das Sagen hatte, der auch meistens immer Recht hatte. Und Markus Burnett, hier Martin Normans war immer so der kleine, dicke, gut mittlerweile, passt das ja wirklich, der so hinter ihm hergetrottelt ist. Und das kann natürlich witzig sein, aber ich fand immer, dass die Filme auch so inszeniert waren, dass halt wirklich Markus Burnett immer so, ja, der Trottel war. Und auf eine sehr, teilweise sehr niederschmetternde und auch sehr, hier ist es wohl wieder unmenschliche Art und Weise. Und dass Michael Bay nicht viel übrig hat für Menschen, sollte mittlerweile bekannt sein. Aber Zero, hattest du nie das Gefühl, dass da eine Art Ungleichgewicht herrscht in der Dynamik zwischen den beiden Figuren? Also für mich war immer klar, dass einfach der Will Smith-Charakter der eigentliche Hauptcharakter ist, der Oberkuhle, der eher das hinkriegt. Und damit war ich halt immer cool. Und Martin Normans eigentlich, ja, der Sidekick. Der Sidekick war, der dann öfter auch mal für Jokes hinhalten musste. Auch mal für etwas dümmlichere, auch schon in Teil 2, als er da die Drogen versehentlich nimmt und sich da ja relativ zum Affen macht in dem Haus vom Käpt'n. Das hätte die Figur von Will Smith zu dem Zeitpunkt, hätte der das gar nicht machen können als der Star, der zu dem Zeitpunkt halt auch war, muss man dann auch so sehen. Kurzer Einspruch, also auch Martin Lawrence war ja zu der Zeit des zweiten Teils auch ein 20-Million-Dollar-Mann. Also der Diamantenkorb, Big Mamas Haus, ich weiß gar nicht, wie viele Teile es davon gibt, der hatte schon ein krasses Box-Office. Also auch so, der hat auf jeden Fall Publikum gezogen. Und deswegen ist das so überraschend. Und ich glaube, auch im dritten Teil ist das zum ersten Mal so, dass Martin Lawrence als zweiter Credit kommt und nicht neben Will Smith quasi gleichberechtigt steht und auch ein bisschen weniger Geld bekommen hat. Aber vom Stardom waren die eigentlich seit Teil 1, also klar, Will Smith, Independence Day, Man in Black und so weiter, der hat schon sehr viele Blockbuster und Sommerblockbuster gehabt. Aber auch Martin Lawrence war ein erfolgreicher Schauspieler und die kommen beide aus dem Fernsehen. Ich glaube, Martin Lawrence kommt aus dieser Serie Living Color, glaube ich, heißt die. Und war auch schon quasi ein TV-Gesicht. Und so ist das ja, wenn man das nochmal kurz mit Rückgriff auf Teil 1 sagen darf, wir haben in Teil 1 ja erlebt, wie drei Stars gemacht wurden, nämlich Will Smith, Martin Lawrence und Michael Bay. Und irgendwie hat man sich gefühlt in den letzten 25 Jahren meines Erachtens nach sehr darauf ausgeruht. Man entwickelt die Figuren irgendwie ganz merkwürdig weiter. Und das weiter ist in diese furchtbaren Anführungszeichen, kleine Reminiscenz an Teil 4, weil die nicht entwickelt werden. Die machen irgendwie in jedem Teil andere Dinge. Und das ist so merkwürdig, weil es sich so, wie ich es auch sagte, es fühlt sich so ungleich an. Da ist der coole Single, der Frauen aufreißt, der als Cop auch ruchlos ist, der alles abknallt, der macht ja keine Verhöre. Ich meine, nochmal zum Kern, die sind beides Drogenfander, die sind nicht bei der Mordkommission, und das sind sie mit Absicht nicht. Das sagt zumindest Marcus Burnett im ersten Teil. Ich will nichts mit Leichen zu tun haben, ich bin deswegen bei der Drogenverhandlung. Aber trotzdem ballert Mike Laurie halt rum wie so ein Wahnsinniger, also wie so ein Michael Bay in schwarz, könnte man sagen. Und dann ist das, finde ich, nicht richtig lustig, wenn man dagegen setzt in Teil 2, dass Marcus Burnett quasi der Wusa-Gegenpol ist. Das ist echt nicht so lustig, wie Michael Bay das selber gefunden hat. Es fehlt der Figur des Mike Laurie halt so ein passendes Gegengewicht. Und du hast den Titel schon eben gesagt, nehmen wir mal Man in Black als krasses Gegenbeispiel. Da hast du auch einen Will Smith, der hat ja auch ein großes Maul, der hat ja auch oft so dieses, die Oberhand, aber du hast ja mit Tommy Johnson die Figur, die ihm auch immer wieder zurechtweist, die auch mal Contra gibt. Und das fehlt mir einfach. Und das hat mir früher gefehlt, und das fehlt mir jetzt noch umso mehr. Ja, ich finde, dass jetzt in dem neuen Teil es nicht ganz so schlimm ist. Also der zweite Teil ist da unausstehlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist furchtbar. Da finde ich es Will Smiths-Figur sowas von unsympathisch. Das geht auf keine Kuhhaut. Ich muss aber auch klar sagen, dass auch beide zusammen sehr gut darin sind, gemeinsam wie die größten Arschlöcher auf der Welt zu wirken. Also es gibt zum Beispiel im zweiten Teil diese Szene, wo sie dem Freund von Markus' Tochter irgendwie halt die Tür aufmachen und ihn halt wirklich niedermachen. Das ist, da ist eine gewisse Komik drin, aber auch das ist so ätzend inszeniert und so diese Überheblichkeit, dass die so über allem stehen. Und das, boah, das finde ich ganz furchtbar. Also ich muss auch sagen, je älter ich werde, desto schlimmer finde ich das. Es fehlt halt Michael Bay auch sämtliches Feingefühl für die Inszenierung von solchen Szenen. Wie gesagt, du hast ja recht, das kann im Ansatz ja ganz lustig gelingen, aber dann ist das ja so überstilisiert, wie Michael Bay es halt tut. Und das ist so wenig, das sind ja auch keine Menschen in dem Moment. Das sind echt so kleine Knallschargen, die sich über das Date der Tochter eines der beiden lustig machen. Und wo man ja diese ganze Nummer, ich bin selber nur ein Vater von zwei Mädels und kann natürlich auch irgendwann mal vor der Tür stehen mit einem Kumpel dabei, aber ich hoffe, dass ich niemals das Niveau erreiche, und zwar wieder ein Tüttelchen wie die beiden. Weil ich finde das hart asozial, was sie da mit dem Reggie machen, den wir ja im Teil 3 dann auch wieder ein bisschen mehr kennengelernt haben. Und der ja dann tatsächlich, das ist ja auch, also es ist ja märchenhaft, dass der quasi dann der Ehemann von dieser Tochter wird. Kurzer Funfact, der Darsteller von Reggie heißt Dennis Green und der hat, glaube ich, nur vier Einträge in der IMDb und drei davon sind Bad Boys. Ja, und ich glaube, ich weiß auch warum. Gut, lass uns nochmal kurz über die Regie reden, denn jetzt hat sie ja nicht Michael Bay die Regie geführt, wie in den ersten beiden Teilen, sondern das belgische Regie-Duo, oh Gott, Adil El Arbi und Bilal Fala, die zuvor, wie gesagt, den dritten Bad Boys gemacht haben, aber auch den wirklich sehr, sehr, sehr sehenswerten Rebell, da könnt ihr auch gerne hier eine Besprechung hören beim Tele-Stammtisch, und die ja auch bekannt wurden durch ihr, ja, abgesägtes Bad Girl-Projekt. Und ich, ich habe es nicht gehört aus ihren Mündern, aber bei all dem, was ich von den werten Herren gesehen habe, ich habe auch ihren belgischen Gangster-Film Gangsters for Life gesehen, ich glaube, wir haben es hier mit einem Regie-Duo zu tun, die richtig große Michael Bay-Fans sind. Und wenn du dir die Bad Boys-Filme von denen anguckst, muss man auch ganz klar sagen, es ist halt ein Bay-Imitat, oder Timo? Ja, also die haben es wirklich geschafft, diesen Stil komplett, also nicht zu übernehmen, sondern den zu imitieren, zu annektieren und zu adaptieren. Und die können das, also ich finde wirklich, dass gerade Teil 3, wenn er nicht manchmal so furchtbar künstlich aussehen würde, du könntest da auch Michael Bay draufschreiben und die würden sagen, ja, passt. Weil die Circle Shots, also muss man ja auch nochmal sagen, dieser aus dem ersten Teil genommene Circle Shot, da musste ja Michael Bay damals mit seinem Line-Producer kämpfen und hat gesagt, ey, das kostet zu viel Geld. Aber Michael Bay hat gesagt, wir stellen die Kamera da hin, das ist der Trailer-Shot. Und seitdem ist das halt so der Signature-Move auch von dieser Reihe, wenn es denn überhaupt einen gibt. Und ich finde, sie machen das schon extrem krass, weil sie wirklich viel übernehmen, vielleicht ein bisschen zu wenig, also das kann man bei Michael Bay fast gar nicht, aber vielleicht ein bisschen zu wenig filtern und so Ideen, die ihnen in den Kopf kommen, sofort umsetzen und das auf die Leinwand bannen dürfen. Ich muss wirklich sagen, ey, wenn sie das alles so auf die Leinwand schmeißen, dann ist das halt wie bei Jackson Pollock, man guckt halt, was kleben bleibt und es ist nicht so wahnsinnig viel. Leider Gottes, denn der von dir angesprochene Rebell, der ja dann auch inhaltlich deutlich tiefer geht und interessanter inszeniert ist und griffiger inszeniert ist, der hat mir zum Beispiel richtig gut gefallen. Deswegen hatte ich, da war ich ja noch vor meiner Zweitsichtung von Bad Boys for Life, hatte ich auch durchaus große Lust auf Bad Boys Ride or Die, denn ich hab mal die Schlocker gemacht, ich hab keine Trailer vor abgeguckt, keine. Okay. Geil, ne? Tapfer. Zero, Hand aufs Herz, wenn der jetzt gestanden hätte beim Abspann Bad Boys 3, Bad Boys 4, Directed by Michael Bay, hättest du es geglaubt oder ist dir vielleicht dann als Fan doch aufgefallen, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist es dann noch anders wie früher? Jetzt ist mir gerade beim vierten hin und wieder aufgefallen, die versuchen dann doch schon ein paar andere Kameraspieler rein, die ich auch sehr gut fand, aber wie Timor Wendert, die schmeißen es dann drauf und wenn sie Glück haben, bleibt was hängen und wenn nicht, dann halt nicht. Aber bei den beiden fällt halt dann doch schon auf, dass die sehr oft in diese Religion-Selbstfindungsecke dann doch ganz stark reingehen. Und da hätte ich den Unterschied schon gemerkt. Also der Cut zwischen Teil 2, also 1 und 2 und zu 3, den hab ich da schon gespürt, dass er auf jeden Fall, wenn es nicht der Regisseur wäre, dann aber auf jeden Fall einer am Drehbuch, der komplett wer anders ist. Also da finde ich, den Cut merkt man da wirklich schon, dass da andere Leute am Werk sind. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt 20 Minuten lang um den heißen Brei herumgeredet. Es wird Zeit, jetzt wirklich mal richtig tief einzutauchen. Ja, wir sind noch nicht richtig eingetaucht und jetzt tauchen wir tief ein. Aber ich erwarte jetzt wahrscheinlich 5 Stunden beste Besprechungspoesie. Timo, kannst du uns kurz erklären, Bad Boys, Ride or Die, worum geht es eigentlich? Vorab eine Frage. Wir versuchen es ja erstmal so spoilerfrei, wie möglich zu machen, deswegen darf ich auch relativ kryptisch das Inhaltliche zusammenfassen, gell? Ja, ganz ehrlich, ich meine, wir haben den Film jetzt alle gesehen und ich finde nicht, dass es da irgendwas gibt, was man spoilern könnte. Den dritten könntest du jetzt höchstens spoilern mit der Beschreibung, aber das ist jetzt halt, das geht halt nicht anders. Das ist natürlich auch ein Punkt, da finde ich, sollten wir nachher noch drüber sprechen, aber wir machen es einfach mal kurz und knapp. Also Mike Laurie und Marcus Burnett sind mal wieder unterwegs, die sind einem Korrektionsskandal auf der Spur, der tatsächlich im Zentrum der Macht der Miami Police sich abspielt und das Ganze liegt ein bisschen an ihrem, jetzt kommt ein Spoiler für Teil 3, es tut mir leid, für den in Teil 3 gestorbenen Captain Howard, den von Joe Pantoliano gespielten Captain, der ja echt auch eine von ganz wenigen Figuren aus dieser Reihe, durchaus auch irgendwie einen Wiedererkennungswert hatte. Dieser wird nämlich jetzt postum beschuldigt, dass er in diesen Korruptionsskandal verwickelt sei und dass er mit den Drogenkartellen gemeinsame Sache gemacht hätte. Ja und da müssen natürlich Markus und Mike für ihren alten Boss in die Bresche springen und das Ganze, die Kohlen aus dem Feuer holen oder das Koks oder wie auch immer. Und dann gibt es noch natürlich den von Mike in Teil 3 ins Spiel gebracht, nochmal Spoiler für Teil 3, Sohn Armando, der ist auch noch im Knast und hat da seine, ja, nicht gefolgschaft, aber hat zumindest auch seine Infos, die er loswerden will. Ja und der Rest, der entspinnt sich so ein bisschen in diesen über zwei Stunden oder knapp zwei Stunden. Und dann ist es wirklich schwer, ohne jetzt groß Spoilern zu dürfen, da jetzt weiter weiter zu gehen. Deswegen würde ich jetzt erstmal Schluss machen. Okay, vielen Dank bis hierhin. Die Handlung ist business as usual, finde ich. Ich glaube, wenn ihr da anderer Meinung seid, könnt ihr jetzt gerne was dagegen sagen. Ich finde schon, dass sich der Film sehr darauf verlässt, dass man Teil 3 gut kennt. Und das hat mich, also, dass das so ein, das ist jetzt nicht back to back oder so, aber es ist schon eine Fortsetzung zu Teil 3. Das ist kein neuer Film, so wie das zwischen 1 und 2, finde ich, war, oder auch zwischen 2 und 3, sondern es ist schon so, dass die Handlung vom Teil 3 so ein bisschen weiter gesponnen wird. War zumindest mein Eindruck. Was ich halt eben da interessant finde, ich finde, der dritte Teil wirkte auf mich immer wie ein Film, der was abschließen möchte. Weil zum Beispiel auch der Captain Howard halt eben erschossen wird. Und wenn sie mit dem dritten Teil nicht genügend Erfolg gehabt hätten, dann wäre es ein okayer Abschluss gewesen. So war er erfolgreich. Und Will Smith, warum auch immer, wollte ja wieder mal einen Bad Boys-Film drehen. Woran mag das wohl liegen haben? Wer hat ihm den da? Endlich Leuten auf die Fresse hauen können, ohne Konsequenzen. Genau. Und ich finde, es fällt ihnen so ein bisschen auf die Füße. Weil du hast halt den dritten Teil, da wurde halt dieses Ammo-Team, dieses, wie heißt das, Armored Miami Metro Offensive-Dings da etabliert. Irgendwas mit Attack bestimmt. Oder Attack, weiß ich auch nicht. Genau, genau. Wo halt hier Vanessa Hutchins und der aus Vikings bekannte Alexander Ludwig mit dabei waren, die auch so aufgebaut wurden, als ob sie so ein bisschen das Ruder jetzt übernehmen. Und jetzt hast du aber den vierten Teil und da sind halt wieder die Bad Boys ganz klar am Ruder. Und das wirkt für mich halt ein bisschen seltsam, weil es da ein paar Entscheidungen gibt, die, wenn man den dritten Teil guckt, nicht wirklich stimmig wirken. Zum Beispiel auch, dass Michael Lurie's Love Interest Rita, die dieser Ammo-Chefin zwar jetzt auch dabei ist, aber nicht mehr mit ihm zusammen ist und jetzt irgendwie auch eine neue Position hat. ganz dafür zu schweigen, dass es ja eine neue Frau im Leben von Mike Lurie gibt, wo ich tatsächlich auch sagen muss, hätte man nicht gebraucht, weil das auch nur ein Plot-Device ist. Denn ich überlege gerade wirklich, weiß noch jemand, wie die Schräg-Schräg-Freundin von Mike Lurie heißt? Ja, ich weiß es tatsächlich auch und fühl mich wie ein Streber. Sie hieß Kelly. Nee, nee, Kelly ist doch Vanessa Hutchins. Entschuldigung. Stimmt, natürlich. Wie ist sie denn da? Irgendwas auch mit C. Christine? Das kann sein. Aber das zeigt halt, welchen Stellenwert diese Figur hat, diese neue Figur. Dafür, dass sie so wichtig ist für Mike Lurie, wissen wir noch nicht mal, wie sie heißt. Ja, und wenn ich sie besser wüsste, würde ich fast vermuten, dass dieser Jill Cannon, heißt er, glaube ich, der den letzten Ghostbusters geschrieben und gedreht hat, dass der das Buch hierzu geschrieben hätte, weil es tauchen hier Figuren auf und zwar eine Wagenladung oder Busladung noch an neuen Figuren und die haben im En gros eigentlich nichts zu tun. Also das beste Beispiel ist, ist die Einführung dieser neuen Partnerin von Mike Lurie. Wo hat er die kennengelernt? Bei der Therapie. Okay. Und war die Therapie erfolgreich? Hm, cares. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ähm, schwierig vielleicht. Und du hast es gesagt, das Plot-Device wird später natürlich nochmal wichtig, wie das so ist in solchen Actionfilmen. Da will ich dem auch gar nicht so richtig einen Strick draus drehen, weil das ist ja klassisch. Aber das ist mal vollkommen recht. Also ich hätte es null Komm, null gebraucht. Und es suggeriert bei der Figur von der Rita, finde ich noch so ein Ding, die ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist die Vorgesetzte von Mike Lurie. Also da kann man mal sehen, also das ganze Menschen umbringen, statt mit ihnen, statt sie zu verhören und zu verhaften, ist dann doch nicht so Karriere-Erleiter erfolgreich. Aber irgendwie hatte ich dann auch das Gefühl, wie ist sie denn jetzt in diese Position so schnell gekommen? Hm. Hm, naja, das könnte ja auch an ihrem neuen Partner liegen. Der hat ja noch eine höhere Stellung. Also ich will jetzt nicht, also böse Zungen könnten dem Film unterstellen, dass das müsogünisch Kackscheiße ist, weil er natürlich irgendwie so ein bisschen dieses, hat die sich da etwa hochgeschlafen? Denn die hat ja auch irgendwie, also warum ist die denn jetzt am Schreibtisch? Die hat doch auch in Teil 3 gezeigt, was die für, was die für viel Skills hat. Das ist eine von vielen Dingen, die ich bei diesem Film wirklich achselzuckend hingenommen habe und gleichzeitig sagte, was soll das? Kann ich dir endlich mal in meinem Leben widersprechen. Im dritten Teil wird am Ende schon erwähnt, dass sie jetzt der neue Käpt'n ist. Das feiern sie dann, das feiern sie da dann noch. Geil, wie das, geil, wie das verfangen ist bei mir, dass ich den, glaube ich, vor ein oder zwei Tagen gerewatcht habe und auch das nicht mehr auf dem Schirm hat. Nee, da wird sie schon gefeiert. Was ich halt wirklich schlimm, was ich halt wirklich schlimm finde, bei jetzt auch beim vierten Teil, ist so, da kommen halt neue Figuren und du siehst die, du siehst eine Szene mit denen, du weißt sofort, Plotty weiß, das ist wahrscheinlich die Schurke und so weiter und so fort und dann gibt es gegen Ende auch wirklich, dass eine dieser neuen Figuren, die wird halt vorgestellt, dann passiert wirklich bestimmt 90 Minuten nichts mit dieser Figur und dann steht sie plötzlich vor der Haustür einer anderen Figur und du weißt sofort, okay, ja, gut, das ist, damit die beiden Plotty-Visys zusammen sind, damit jetzt irgendwas mit denen passiert und ganz ehrlich, ich meine, das ist natürlich eine, fast schon eine Art Werkzeug, sind das ja, ja und das, das kann funktionieren, aber ich möchte, ich finde das Wort immer ein bisschen blöd, aber dieser Film ist halt so, elendig vorhersehbar, dass es wirklich überhaupt keinen Spaß macht, auch nur annähernd sich der Handlung zu widmen. Und ich hatte vorhin über einen Spoiler-Part nachgedacht, weil der Film ja doch irgendwie vorgibt, twisty zu sein, also ich finde schon, das halte ich jetzt Teil 3 auch noch immer zugute und da stehe ich auch zu, auch von 4 auf 2,5 Stern runter, dass man schon durch den Tod von Captain Howard das Gefühl hatte, okay, es ist ja nicht mehr so alles so sicher, dass das alle, dass die alle überleben. Mike Lurie wird dreimal niedergeschossen, ringt mit dem Tod in Teil 3. Okay, sie nehmen also fast den, also sie zeigen zumindest, dass auch die Leute kaputtbar sind. Das fand ich schon einen guten und mutigen Schritt, nur hier hat man wirklich das Gefühl, und das war, ich hatte so leichte Beekeeper-Vibes, auch da hatte ich das Gefühl, Figuren machen etwas, weil es im Drehbuch steht und nicht, weil Figuren eine Motivation dahinter haben, sondern es ist so nach dem Motto, warum musst du das jetzt machen? Seite 23 steht hier, muss ich machen, deswegen mache ich das. Und das hat mir ein bisschen was von diesem, ja, Guilty Pleasure wäre es zu viel, aber von dem durchaus vorhandenen Spaß, den ich hier hatte, immer mal wieder verleitet, weil ich dachte, ey, ich denke darüber nicht nach und wenn ich es mache, geht es komplett kaputt, geht alles auseinander. Ich muss auch sagen, ich finde halt diese Figuren auch im neuen Teil jetzt wieder, die agieren so elendig egoistisch. Also, als Beispiel, Markus, dem geht es halt gesundheitlich wirklich schlecht. Wirklich schlecht. Was der Film auch am Anfang kurz behandelt und dann Wunderheilung und dann ist das irgendwie auch kein richtiges Thema mehr. Aber, ähm, das, der agiert trotzdem immer noch wie so ein kleines Kind und ich dachte mir, wenn ich die Ehefrau wäre, wenn das mein Ehemann wäre, kann ich dir immer sagen, der wird den Salat essen. Das glaubst du. Ich finde es ja absolut, legitim und okay, wenn es halt darum geht, dass es da auch um die Themen Familie geht, aber das ist halt schon, wenn man es mal runterbricht, alles sehr konservativ und eher sehr reaktionär und sogar die beste Szene des Films sich jetzt hier nicht wiedergeben möchte, weil das war wirklich eine Szene, die fand ich spaßig, die hat mir Spaß gemacht und die kam auch einigermaßen überraschend. Das hat was mit, ja, Markus Schwiegersohn zu tun. Mhm, ich habe mir gedacht, dass du die meint. Ja, okay. Aber auch da ist, aber auch die Mief, wenn man ehrlich ist, ist sehr vor Patriotismus. Aber ich habe sie trotzdem genossen. Das war, weil der Typ mir halt immer so leid tat, den letzten Teil und jetzt im vierten Teil kann er endlich mal beweisen, was in ihm steckt. Auch wenn es, wenn man genau darüber nachdenkt, auch ein bisschen seltsam ist, dass man erst so was machen muss, um ein bisschen Respekt von seinem Schwiegervater zu bekommen. Ja, ich habe halt wirklich ein Problem mit, ich glaube sogar mehr als mit Mike Laurie mit der Figur Markus Burnett, weil er einfach Dinge tut, die für mich keinen Sinn ergeben. Das liegt ein bisschen an dem, was er auch zu tun bekommt. Also, der muss halt immer mal das Alberne, den infantilen Humor bedienen und ich finde, das kann oder konnte Martin Lawrence sicher mal im Laufe seiner Karriere, nur, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber so richtig spielen überzeugend da jemanden in der Kategorie Meme kann er irgendwie nicht. Dafür fehlt es ihm, finde ich auch ein bisschen, es wirkt ein bisschen lustlos, was er so spielt und treibt. Also, die Nuancen fehlen da, finde ich. Ich würde es abkürzen, Martin Lawrence ist kein guter Schauspieler. Punkt. Jetzt habe ich es gesagt. Sorry. Hat er auch eine Stand-Up-Karriere irgendwie noch nebenbei mal laufen gehabt? Ansonsten könnte man immer diesen Schritt ja, Eddie Murphy, Kevin James und zahlreiche andere Beispiele noch nachvollziehen. Aber ich kann jetzt, also im Vergleich zu Teil 1 und jetzt Teil 4, finde ich den Teil 1 Martin Lawrence sehr viel besser als den jetzt in Teil 4 und das ist irgendwie, sollte man jetzt meinen, dass man im Alter als Schauspieler zumindest besser wird und wächst und das ist bei ihm irgendwie gar nicht der Fall. Das war schon, war schon in Teil 3 an der Grenze, finde ich und das ist jetzt in Teil 4, es ist schon hart an der Karikatur, finde ich. Ja, für mich zumindest kam es darüber, dass die ja einfach die Charaktere relativ hart geswitcht haben für den Film. Also das war mal wenigstens eine kleine Veränderung gegenüber den anderen Filmen, wo er eher der ist, der kein Risiko eingehen will und hier halt, er geht halt Riot überwiegend, ne, nach dem Anfang. und da, aber der Grund ist ja hörenrissig und auch, er macht da nicht cleveres draus, nur ich fand das da, das muss auch mal ein paar positive Punkte hervorheben, ich fand das schon jedes Mal eine leichte Veränderung, wo ich dachte, ja, die, ja, aber der Unterschied ist halt, wenn Mike Laurie früher was, was so gemacht hat, was lebensgefährlich ist, war immer was Heroisches, was Heldenhaftes. Hier wirkt es halt trotzdem wie ein Volltrottel, der gerade nicht checkt, was eigentlich los ist und dann trotzdem in den Kugelhagel rennt. An und für sich ist das natürlich ganz nett, dass jetzt auch mal Marcus so seine, seine Sternenstunden bekommt, aber er bleibt halt trotz allem, so hart es klingt und so böses klingt, Mark, ein Trottel. Und das ist sehr schade. Ja, er ist echt Comic Relief. also er ist, und das ist ja in so einem Body, äh, Body, sag ich schon, in so einem Buddy Film, das ist nicht einer von den beiden, also nicht immer zumindest, auch Merto hat sicherlich seine Momente, wo er mal den Trottel machen muss, aber es ist halt immer noch, da ist noch Joe Pesci als Leo Gets, der da auch mal dazu kommt und der das dann von den beiden abbekommt. Das ist sicherlich auch nicht immer politisch korrekt. Oder Last Boy Scout, wo die sich auch wirklich eigentlich ab Minute eins sehen, sich scheiße finden und sich dann Sprüche drücken. Und das ist hier irgendwie in dieser Beziehung, ich meine, die kennen sich jetzt in Filmzeit fast 30 Jahre und keifen, also keifen jetzt nicht im negativen Sinne, aber die meckern sich eigentlich die ganze Zeit nur gegenseitig an und das ist irgendwie so, ey, wir sind so, wir sind so derbe und wir sind so Buddies und wir sind eigentlich, ne, jetzt kommt das Wort, was wir in diesem so lieb, Familie, das kaufe ich denen halt mit keinem Meter ab, weil die sich, dafür mögen die sich, finde ich, zu selten in so einem Film. Die sind halt so eine Zweckgemeinschaft, weil die selber irgendwie und weil Mike halt was kann, was Markus anscheinend nicht kann. Ey, bei Mike gibt's noch so eine Entwicklung, die ich wirklich jetzt rein vom Realismus her auch nicht nur, also es hatte für mich so leichte Vibes wie Dolph Lundgrens Figur in Expendables 4, was mit ihm passiert, nur in einem anderen Sinne, aber auch das nicht weniger, ich finde verletzend, was da gemacht wird. Aber das weiß ich nicht, ob wir das so offen sagen. Kurz reingegrätscht, hab bitte keine Angst, dieser Film, also Bad Boys 4, ist nicht so schlecht wie Expendables 4. Das können wir glaube ich jetzt schon festhalten. Nein, nein, nein. Das ist ganz wichtig. Und Zero hatte schon angedeutet, dass das jetzt hier ein großer Rant wird, wie scheiße Bad Boys Ride or Die ist. Der ist nicht scheiße, das überhaupt nicht. Nur finde ich, dass es gewisse Dinge gibt, die diesem Film Spaß, echt, also die stehen dem im Weg und da komme ich jetzt von der Struktur her auch mal auf die ersten 20 Minuten zu sprechen, denn der Film ist ähnlich behäbig wie Martin Lawrence wirkt. Die ersten 20 Minuten kommt dieser Film nicht in Gang. Und da frage ich mich wirklich, wir motzen mittlerweile sehr häufig über zweieinhalb, über zwei, drei Viertel, über drei Stunden. Warum ist denn Bad Boys 4 fast zwei Stunden lang? Den kann man auf ein gute 90 bis 100 Minuten runterkürzen. Und das macht der Film in vielen Momenten, weil der halt teilweise im Pacing so holprig wirkt, dass du das Gefühl hast, hey, fehlt was. Irgendwas muss doch noch zu sein. Und gleichzeitig denkst du, okay, wie lange haben wir noch? Ich glaube, ich habe sieben Mal in der Vorstellung auf die Uhr geguckt und dachte, wann ist dieser Film vorbei? Weil ich ehrlich gesagt sagen muss, ich habe jetzt den dritten Teil jetzt nochmal einen Tag vorher nochmal rewatcht. Könnt ihr übrigens gerade tun bei Netflix, sind hier alle verfügbar. Und ich muss sagen, der dritte Teil hatte dasselbe Problem. Auch beim dritten Teil hatte ich das Gefühl, dass der wirklich Pacing-Probleme hat. Und das ist schon schade, weil der Film fängt halt an, diese einen Szenen, die es auch im Trailer zu sehen gab, wo sie halt wie jeder Bad Boys Film irgendwie anfängt. Sie kommen irgendwo hin, da ist ein Gangster und der glaubt, der hat es mit nur noch 15 Typen zu tun und sie legen ihn aufs Kreuz. Das macht Spaß, das funktioniert auch beim vierten Mal ganz wunderbar. Aber danach habe ich auch gedacht, okay, wann geht es denn hier mal los? Und es hat wirklich auch seine Zeit gedauert, bis dann auch mal das kommt, was diese Filme neben dem Duo Lawrence und Smith halt ausmacht, nämlich die Action. Die ist oftmals, lässt sie dann doch sehr lange auf sich warten. Oder siehst du das anders? Ich wollte ihn so schön verteidigen, wie sie die ganze Zeit haben. Mir geht die Munition immer langsam aus. Timo, wir haben es geschafft. Aber nee, er dauert halt so lange und er wiederholt halt meiner Meinung nach auch Sachen. Für mich war es am Ende halt relativ auffällig, wo dieser große Showdown ist. Ja, schön, da ballert es nochmal ordentlich, aber da kommen Sachen, wo ich mir denke, ach nee, das ist jetzt auch nicht funny, das ist übertrieben, das passt auch nicht in diese Welt für mich. Es spielt so ein Tier noch eine kleine Rolle, wo ich mir denke, warum? Das ist, nee. Und da, für mich ist er dann halt richtig, richtig komplett in den Trash abgedriftet zu dem Punkt dann wieder. Ja, okay, krass. Das, das ist, ich würde bei diesem Film vieles kritisieren. Unter anderem auch die Action-Szenen vor dem Showdown, weil mir da, wie so häufig im modernen Action-Kino, entweder wollen wir auf John Wick machen und wir machen große Plansequenzen und vergessen, dabei sowas herzustellen und das kriegt John Wick ja trotzdem hin. Wie ist das Verhältnis im Raum? Wo ist was? Wo sind die Gegner? Wo sind wir? Wo wird hingeschossen? Was geht kaputt? Etc. Da gibt es eine Club-Schießerei, die muss irgendwie auch in jedem Bad Boys-Film anscheinend drin sein. Ich habe da überhaupt keinen Überblick, wer auf wen schießt, weiß ich noch, aber wo sind die? Wo wollen die eigentlich hinschießen? Was ist eigentlich das Ziel? Ist da völlig unklar. Im Showdown selber, der hat auch, finde ich, von der Location her eine ganz interessante Wahl. Da hatte ich so leichte James-Bond-Bösewicht-Menschen-Vibes. Im Showdown, finde ich, ist die Action deutlich besser inszeniert, weniger verschnitten. Du hast viel mehr Übersicht, so wo passiert was, was ist das? Du hast da, und das machen, Adil und Bilal machen das wirklich, die schmeißen da alles auf dich rein und da funktioniert es. Es sind zwar Sequenzen, die mir persönlich besser gefallen haben, wo die Kamera eher, sagen wir mal, Standard-Action-Kinowaren liefert, nämlich eine Fahrt auf die Protagonisten zu und die Protagonisten bewegen sich auf die Kamera hin, als diese Drohnen-Shots, die wild durch die Luft wirbeln. Am besten ist es noch, wenn Drohnen von Drohnen gefilmt werden. Das fand ich wirklich, das war mein persönliches, ich glaube, mein Lowlight des Ganzen, weil ich so Drohnen-Shots spätestens seit Ambulance eigentlich ganz cool finde, aber ich finde, die Inflation hat ein bisschen Probleme gemacht. Papa Michael hat es so gemacht, eine Ambulance, weil ich musste auch an Ambulance denken und jetzt machen wir es auch. Total. Und ich fand es irgendwie, diese Meta-Ebene, ganz, ganz ulkig, weil diesmal hat eben Drohnen nicht nur als Werkzeug eingesetzt werden, sondern halt eben auch wirklich als Mittel, also als Action-Verursacher, nennen wir es mal so, als aktiver Teil der Action-Sequenz. Und ich fand das, also gerade diese Drohnen-Szenen, ich weiß nicht warum, ich habe dafür schon, ich glaube, so ein Softspot, ich gucke mir das ganz gerne an, muss aber auch sagen, wenn dann das Regie-Duo dann komplett dem Wahnsinn verfällt, nenne ich es mal, und wirklich ohne sichtbaren Schnitt immer wieder von objektiver zu subjektiver Wahrnehmung oder Perspektive wechselt, das macht, ein, zwei Mal macht das Bock, aber ich fand es am Ende war es mir dann tatsächlich zu viel. Nichtsdestotrotz muss ich ihnen zugestehen, dass sie halt schon dadurch eine gewisse Dynamik und auch eine gewisse Handschrift drinne haben. Das kann ich ihnen nicht abnehmen. Ich fand nicht alles davon geil, aber der Showdown ist für mich ganz klar eine Stärke des Films auch, ja. Wo hatten wir das denn zuletzt, wo auch die Kamera so viel in Bewegung war? Bei Roadhouse. Oder bei den Kämpfen, weil das so auch oft, sodass sie dann ja, aber es war noch bei was anderem, wo mir wirklich auch ein bisschen schlecht wurde. Wo war das denn noch? Wo ich dachte so, halt doch die Kamera mal für einen Moment. Ah hier, Godzilla Kong, The New Empire, wo ich dachte, halt doch mal die Kamera kurz ruhig, dreh sie doch nicht 50 Mal im Kreis. Gab es bei Monkey Man nicht auch so ein paar Momente? Ja, aber irgendwie anders, weil da die Verhältnisse, also ich finde, du kannst große Panoramen einfach große Panoramen sein lassen. Du musst da nicht die Kamera um 360 Grad den so wie es Aria-Style mit nochmal cool macht, weißt du, weil da hat das Zeit, da entwickelt sich so ein Shot. Während jetzt mittlerweile alle denken, ey, das ist eine coole Nummer, das habe ich gesehen, das übernehme ich, aber wir drehen das Tempo ein bisschen auf, damit das ein bisschen, das ist so, das muss ein bisschen mehr funky sein, das muss edgy sein und das gefällt mir irgendwie nicht. Also, ist nicht mein Ding. Ich habe das gesehen, was ihr gesagt habt, nicht nur notiert, sondern auch gesehen, ich fand die Kameraspielereien davon den Jungs gut, das gebe ich denen auch, nur mir war dann, was gemacht wurde teilweise, war mir komischerweise, obwohl ich es drüber mag, aber es war für mich wie diese Welt, in der ich Bad Boys so irgendwie sehe, hat das für mich halt nicht gepasst, also, weil es gibt halt auch, das erkläre ich nachher im Spoiler-Part, glaube ich, ganz kurz mal, was ich da ganz genau meine, sonst denkt alle, ich bin verrückt, weil da war was, was für mich richtig rausgefallen ist, was auch total unlogisch ist eigentlich, was jetzt bei dem Fall eigentlich auch egal ist, aber das hat mich komplett rausgerissen in dem Moment. Ich bin gespannt, was du meinst, das ist ein schöner Teaser für irgendwas, was wir dann mit kleiner Spoiler waren und besprechen. Welche Szene mir übrigens auch ganz hervorgefallen hat, war diese Aufzugszene, nenne ich mal, wo auch gar nicht Will Smith und Martin North involviert waren, sondern eben die Rita, gespielt, ich glaube, wie heißt die, Paola Nunes, glaube ich, heißt die mitte Dame, die fand ich ganz interessant, weil das war das einzige Mal im ganzen Film, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt geht es gerade auch um wirklich was und gerade eben, weil da Figuren integriert sind, wo mir klar war, okay, die könnten jetzt auch einmal aus dem Film genommen werden, fand ich das sogar recht spannend. Ich war auch überrascht, dass man einen Circle Shot in einem Kamera, in einem Kamera, in einem Fahrstuhlschacht machen kann, aber es geht, also auch da wieder, ey, das ist wirklich so, ich möchte nicht wissen, wie die das alles gepitcht haben jeweils, ey, das muss so, die müssen so einen krassen Enthusiasmus haben, dass denen wirklich vieles durchgeht, weil so als Producer musst du ja immer sagen, ja, warum ist die Kamera nicht im Fahrstuhl und kann nicht Schnitt gegen Schnitt machen, das geht doch genauso gut, dann wackelst du ein bisschen, nee, ey, wir machen das so und so, wir machen das so und so, ja, okay, geile Idee, so wie diese Werbung, wir machen das mit den Fähnchen. Genau. Was man auch klar sagen muss, und das gehört natürlich zu den ganzen Bad Boys Filmen dazu, ist natürlich der Soundtrack und wir haben im Vorfeld gesagt, dass ich es persönlich sehr toll finden würde, wenn keiner von uns dieses Lied von Inner Circle Bad Boys anstimmen würde, aber es gibt ja noch dieses Theme, was ja, glaube ich, der Mark Manzina es mal gemacht hat. Ja, genau, Mark Manzina hat den Original-Score damals komponiert und hat dieses, ich mache die Noten jetzt nicht nach, sonst müssen wir GEMA bezahlen bestimmt auch, deswegen lasse ich es lieber. Fandest du denn, dass es gut eingesetzt wurde, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, es fiel mir auch im dritten Teil jetzt auf, aber es wurde mir ein bisschen zu oft eingespielt, so nach dem Motto, übrigens, falls ich es vergessen habe, das ist ein Bad Boys. Ich finde das eine der herausstechendsten Eigenschaften des dritten Teils, dass der ja dann jetzt das Komponieren übernommene, übernommen habende Lorne Buffet, den wir jetzt irgendwie auch in Black Widow, hat er den Score von Desplat übernommen und zuletzt hatten wir ihn, glaube ich, der ist auch so ein Bay-Intimus, also der hat Six Underground und die neuen Mission Impossible, da hat er auch bei Ambulance den Score gemacht und der kriegt das hin, dieses eigentlich sehr reduzierte, simple Thema, auch aus dem Originalfilm, so aufzublasen und so musikalisch mit Pathos zu füllen, dass das in einigen Szenen total knallt und total gut passt, aber das ist, finde ich, auch eines meiner größten Probleme mit diesem Film. Ich hab irgendwie das Gefühl, wir haben viele Probleme, aber für mich ist diese, dieser Tonshift drin, dass das mal albernes Rumgealbe, äh, albernes Rumgealbe, albernes Gefrotzel ist, dann ist es auf einmal aber wieder so wichtig und so, dann nimmt sich der Film auch so Furz und Bier ernst, dass ich immer denke, da passt dieser Score, da ist er total gut, aber der Film selber, er gibt so von der Tonalität ja für mich keinen homogenen Film und das ist ein großes Problem. Nichtsdestoweder, was bei Fee hier an, leider ja nicht eigenkomponierten Melodien kreiert, sondern was er da aber aus dem vorhandenen Material macht, finde ich persönlich extrem hörenswert, da müssten wir unseren Kollegen Lasse als Experten nochmal zufragen, aber ich mochte den Score wieder sehr gerne, wie beim dritten Teil auch schon. Den höre ich auch einfach mal so im Auto. Vero, hast du noch irgendwas zu sagen zum Soundtrack? Hat es dir gefallen, hat es dir nicht gefallen? Ich finde, es tut mir leid, wenn du so wenig zu sagen hast, aber du, also nö, du hast nichts zu sagen, weil nö, das tut dir nicht. Beim Soundtrack, da wäre Lasse eigentlich der perfekte Ansprechpartner, ich bin da bei Musik immer raus, aber ich kann immer nur sagen, ob er mir gefällt oder nicht und ich fand ihn gut, also ich fand es auch unterhaltsam, dass er ein bisschen, die da verändert wurde und ja, für mich passte der gut rein, aber zum anderen Punkt, was Timo angesprochen hat, mit dem Pathos und diesem Gaga-Part, das hat für mich den Film also eigentlich auch am meisten kaputt gemacht, dass, ja, ich hätte gern schon einen Actionfilm gehabt und jetzt nicht so einen Comedy-Film, der hin und wieder einfach so tut, ob er jetzt ganz wichtig ist. das fand ich halt auch schade, also Bad Boys ist für mich doch schon eher ernst, als wir machen jetzt nur lustige Sachen und ahaha, wie sind das, MCU 3.0 oder so. Nee, also ein bisschen ernsthafter, hätte ich dem Film wirklich gut getan, meiner Meinung zumindest nach. Ja, weil die Steaks ja auch echt hoch sind, also ich hatte zumindest nicht das Gefühl, dass da jetzt wenig auf dem Spiel steht und da gibt es ja nur die eine oder andere Plot-Geschichte, die auch noch dann dazu führt, das ja auch für die Figuren sehr viel mehr noch, also es wird ja peu à peu mehr, was irgendwie in Gefahr gerät und insofern sind diese manchmal dann, also ich hab nichts gegen coole One-Liner, die hat der Film aber nicht, sondern der hat halt diese Einsprängslung, wo so Momente dann lustig sein sollen und diese Spannung so auflockern sollen und ey, du hast das richtig gesagt, Zero, finde ich, ich finde auch, dass sich Bad Boys Ride or Die zum ersten Mal noch viel mehr als Teil 3 anfühlt, wie ein Franchise-Film und ich finde nicht, dass Bad Boys ein Franchise war, sondern Bad Boys ist eine Filmreihe, die einfach so ein paar, gerade so die ersten drei Teile hatten eine sehr lose zusammenhängende Handlung und hatten nicht die großen Verknüpfungen und ey, man hat das Gefühl, alle lernen so ein bisschen spät und sie lernen jetzt leider nicht mehr von den richtigen, nämlich vom MCU und denken, wir müssen das alles so miteinander verknüpfen und das muss hier noch eine Figur aus Teil 1 und eine Nebenfigur, die kennt ihr aus einer Szene, die bauen wir hier noch mit ein und das hat bei Mission Impossible 8 finde ich besser geklappt, bei Fast and Furious ist es mittlerweile so ein Running Gag geworden und bei Bad Boys Ride or Die finde ich, also ich habe wirklich da am Ende gedacht, kommt jetzt noch eine Post-Credit-Szene? Ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn eine gekommen wäre, weil das wirklich, ich hatte das Gefühl, ich sehe einen Franchise-Film und das finde ich schade, weil dieser Film, du hattest das bei Teil 3 richtig gesagt, der konnte super, einen super Abschluss einer im Nachhinein spät abgeschlossenen Trilogie bilden und jetzt hast du das Gefühl, nee, wir haben gesehen, das ist erfolgreich, wir machen weiter. Mal gucken, wer das jetzt guckt und dann machen wir wieder weiter. Ich muss jetzt sagen, das ist der vierte Teil, aber wie ich finde, so ein paar der Figuren, die es jetzt auch im dritten Teil gegeben hat, für meinen Geschmack sogar ein bisschen besser positioniert für die Zukunft, denn Martin Lawrence und Will Smith haben, wenig überraschend, wie ich finde, dem Hollywood Reporter bei der Weltpremiere gesagt, Leute, ganz ehrlich, ein Teil kriegen wir noch hin, das steckt doch in uns und der Film endet ja auch so, dass da noch was kommen kann. Nichtsdestotrotz, und das ist halt Franchise-mäßig, habe ich das Gefühl, wenn es einen fünften Teil gibt, werden uns auch ein paar Figuren wieder begegnen und ich finde es in der einen, ich finde es schon irgendwie schade, weil ich dachte mir, hey, gerade dieser Armando, also Will Smiths Sohn oder Filmsohn, hätte, glaube ich, schon Potenzial gehabt, dass man den auch mal alleine auf der Leinwand sehen könnte, dass er da hier seine Superskills von der Leine lässt und jetzt nach dem Ende von Teil 4 wirkt es wieder so, eigentlich sind alle scheißegal aus der Reihe, außer Will Smith und Martin Lawrence und das ist, ich kann dann eher ein bisschen unbefriedigend raus. Zero, wie war es bei dir? Ja, ich war auch sehr unbefriedigt nach dem Kino, aber es ist meistens so, wenn ich dann... Du machst es mir heute auch nicht einfach, ne? Nein, natürlich, wegen Armando nochmal, also ich fand seine Szenen sowieso mit am stärksten, also gerade die Action-Szenen von ihm, die waren richtig cool, da kommt im Knast was ganz Geiles auf alle zu, die sich den Film doch angucken und da habe ich schon gedacht, oh cool, es gibt endlich wieder richtig Powerful, ich fresse hier in dem Film, geil und dann haben wir aber auch andere Charaktere, die irgendwie eingeführt werden, wo ich mir gedacht habe, why? Warum? Nur um auf eine Figur anzuspielen, die halt nicht mehr da ist, dass die nochmal öfter erwähnt wird, ja, das erhöht irgendwie ein bisschen am Ende nochmal, warum da was passieren kann oder nicht, aber komm, also wurde alles wieder nur reingebuttert und ich hätte jetzt auch so ein paar beziehungstechnische Sachen in dem Film jetzt auch nicht gebraucht, die irgendwie passiert sind zwischen Akteuren, weil ob die jetzt was haben miteinander oder nicht, es wäre so scheißegal, das hat, wie wir schon vorhin erwähnt haben, vieles einfach nur aufgebläht und ja, hat eher so einen halbleeren Bauch hinterlassen bei mir und danach hatte ich halt irgendwie immer noch Hunger auf einen Actionfilm und so hat er mich halt dann da schlaffhängend sitzen lassen irgendwie und ja, schade, war es, war mich richtig gefreut. Stichwort unbefriedigen, schlaff hängen lassen, es tut mir leid, Sero, dass ich dir im Kino keinen runtergeholt habe, es tut mir wirklich leid. Darum saß ich auch einsitznehmend weiter, ich hätte ja gehofft, naja. Lass doch den Zuschauer in die Illusion, dass wir direkt nebeneinander saßen. Lass euch da nichts erzählen, wir saßen direkt nebeneinander. Timo, wie war es bei dir, als der Film zu Ende war, hattest du das Gefühl, okay, da ist noch Potenzial für einen fünften Teil oder denkst du dir auch so, Leute, natürlich könnt ihr es machen, aber du siehst gerade keine Chancen, es ist noch was, was Verwertbares mal rauskommt. Ne, hundertprozentig wird es auch, wenn der erfolgreich läuft, einen fünften Teil geben, da bin ich ganz sicher, weil Martin Lawrence hat nichts anderes und der hat irgendwie zumindest noch die, die Ambition auf der Leinwand zu sein, ob er die große Lust hat, würde ich jetzt mal dahingestellt lassen, gerade nach seiner Performance in Teil 4, Will Smith, glaube ich, muss momentan das drehen, was es gibt, weil durch seine Aggressionsprobleme, lustigerweise, man könnte jetzt auch, man könnte ja ihm unterstellen, er hat Mike Laurie verinnerlicht, sodass er auch Chris Rock einzimmern musste, aber das ist jetzt ein platter Gag. Ich finde, dass gerade die Entscheidung, was man mit Armando am Ende macht, das würde ich jetzt als Spoilergott natürlich auch nicht jetzt hier sagen, aber da finde ich, lässt man einerseits so einen, wie ich finde, sehr organischen und logischen Schluss, lässt man ihm nicht zu, sondern man baut durchaus noch auf was mehr an Konflikten, was noch ungelöst ist, dass man die weiter am Köcheln hält und für einen weiteren Teil da nochmal durchaus Ambitionen hätte, das weiter zu erzählen. Das fand ich so ein bisschen schade, weil ich guckte meinen Nachbarn an und dachte nur, wieso ist das jetzt so ein Problem, mach das doch so und so, das ist doch ganz easy und dann denkst du gleichzeitig, naja, okay, das werden sie eventuell für eine weitere Fortsetzung dann benutzen, aber naja. Mal kurz gefragt, wie findet die Haupte diesen Revealed im dritten Teil, dass Armando der Sohn ist von Mike Laurie, weil ich selbst bei der Zweitsichtung, da wusste ich schon, ob ich zukomme, dachte ich so, Leute, nee, das ist selbst für Bad Boys, weil das ist das irgendwie zu billig, zu seifenopanartig und es tut mir wirklich schwer damit, das immer noch hinzunehmen, dass Mike Laurie diesen Sohn hat, der zügigerweise dann noch irgendwie mütterlicherseits ein Megagangster ist, der dann zügigerweise auch noch ein super Kämpfer ist und quasi, ja, genauso super ist, wie sein Vater nur halt eben jahrelang auf der falschen Seite gearbeitet hat. Ich weiß nicht, das stört mich. Timo, dich auch oder bist du da cool mit? Ich finde diese ganze Backstory, die er so nachgeklatscht bekommen hat, also ich finde es, nochmal, ich hatte es glaube ich am Anfang schon gesagt, Mike Laurie war so ein Rich Kid, der er geerbt hat und jetzt erfahren wir, ja, aber wir gehen mal ganz weit zurück. Da wurde er ganz früh rekrutiert und hat dann für die Mafia, fürs Kartell, hat er sich einschleusen lassen. Ich meine, der ist jetzt ja, ich glaube im Film, sagen sie diesmal irgendwas mit 50. Er färbt sich den Bart. Er färbt sich den Bart, das ist zwar Teil 3, hahaha, lustiger Witz, wenn einer im Koma lag, muss man den Bart färben, ganz lustiger Witz und dann rechne ich mal zurück, dann war der also vor 30 Jahren, Anfang 20 würde ich jetzt mal in der Filmrealität denken und da haben sie ihn schon so früh von der Akademie rekrutiert und so eine wichtige Inside-Job-Undercover-Mission gegeben und haben nicht bedacht, dass sich so ein junger Mann auch in eine gut aussehende Frau, denn diese Hexe im dritten Teil, die ist ja nicht hässlich, die wird uns zwar in Rückblenden natürlich nicht gezeigt, weil das so viel Geld gekostet, der hätte irgendwie Will Smith nochmal zu de-agen oder so. Hätte man vielleicht aus diesem Gemini-Man nehmen können, aber egal. Aber das ist halt, wie ich finde, das ist eine von ganz vielen Stellen, die in diesem dritten Teil bei der Zweitsichtung für mich überhaupt nicht funktioniert. Beim ersten Sehen denkst du so, ah cool, irgendwie sind die Stakes halt hoch, Familie und so weiter, Fast and Furious kennen wir. Beim zweiten Mal denkst du, es ist einfach zu viel, dass ich das kaufen kann und ich kaufe es 0,0. Ich verstehe auch nicht, du gerätst ja in dasselbe Problem wie mit Jason Stathams Charakter in Fast and Furious, mit Sean, du musst dir irgendwann eigentlich diese, dass der eine Figur aus dem Franchise genommen hat und das hat er ja mit Captain Howard, das musst du dir irgendwann mal irgendwie büßen und da kann ja Knast nicht die Lösung sein und im vierten Teil wird was eingeführt, was irgendwann vielleicht dazu führen könnte, dass das so aufgelöst wird. Wird aber für Konflikte sorgen, die hier schon im vierten Teil so ein bisschen auflodern, aber nur so, ich finde so ganz seicht am Köchengeil, wenn du hast irgendwie nie das Gefühl, dass was besonders Schlimmes mit allen Figuren passiert und das finde ich schade, weil das hätte der dritte Teil eigentlich gut etabliert, dass man so das Gefühl hatte, es könnte wirklich jeden treffen und jetzt hast du das Gefühl, nö, eigentlich doch nicht und das ist so ein Schritt zurück für mich. Ich hab grad so Schiss, dass der fünfte Teil dann damit endet, dass Captain Howard wie der da steht und lebendig ist. Wirklich. Wer weiß. Mit deinem Fast & Furious-Vergleich, mit dem ich dir, da stimme ich dir komplett zu, aber es ist so, bitte nicht. Also, ihr vergesst gar nicht. Wie. Vielleicht spielt Bad Boys auch im Ghostbusters-Universum und die sind als Geister und kommen wieder zurück. Gleiche Firma, beide Songs. Wobei, böse gesagt, Martin Rowans sieht Slimer sehr ähnlich mittlerweile. Ah, geil. Ja, hat auch eine Po-Ritze, ja, ja. Ihr habt ganz vergessen, es gibt ja einen Charakter aus dem dritten Teil, der nicht mehr jetzt vorkommt. Jetzt wartet auf den fünften Teil. Ja, wobei, ich glaube, dass der Charles Melton, der ja auch zu diesem Ammo-Team gehört hat, liegt einfach daran, dass er, glaube ich, während des Films dann lieber May-December gedreht hat. Würde ich mal sagen. Wer war denn das? Ah, der, ja, stimmt. Ja. Aber der hat ja auch nur im Dritten die eine Aufgabe, dass er die einmal in so einen Club einschleusen darf. So der Weg. Und immer Michael, glaube ich, sagen darf. Nee, das sagt sie. Er mit Absicht, weil er ist dieser Gegenpart, ich bin ja auch cool, ich bin ja der Typ, der Macher mit den dicken Eiern und hat dann ein Michael Rory eher so rausgefordert, was sich aber auch relativ schnell aufgelöst hat, weil, ja. Kurze Frage, dieser Fletcher, der große Riese mit den dicken Brillen, war der im, war der in einem der Vorgänger auch mit drin? Ja, der ist in beiden, also im ersten und im zweiten Teil. Fletcher ist, glaube ich, der, der im ersten schon so diese, damals nannte man das wahrscheinlich noch Hacken, also da hat er an diesem, Commodore C64, da hat er irgendwas gemacht und ich meine, das hat er im zweiten auch nochmal gemacht und ich glaube, aber im dritten taucht er halt nicht auf und das ist halt auch, ne, wieder dieses MCU-Ding und Fast and Furious-Ding, ey, guck mal, noch eine Figur, die wir von früher kennen, ey, und dann machst du halt mit denen dieses typische Leute wie ich, die dann entweder vor kurzem Rewatch hatten oder die Bad Boys-Reihe so verinnerlicht haben, dass sie alles wissen, denken, ey, cool, den auch wieder dabei, mal gucken, was wir mit dem machen und die Leute, die die nicht kennen, sagen sich, aha, aber die stört das nicht, weil sie da jetzt nicht 30 Running-Gags oder drei Insider machen, sondern das ist halt so, ach, guck mal, der ist auch da und ich finde, das ist wirklich so, da bin ich so Justizier, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ich finde es einerseits für die Fans, Fans wirklich, wenn es welche gibt, finde ich es ganz cool und gleichzeitig denke ich so, ey, mach doch mal ein bisschen weniger, lass uns doch, nimm dir eine Handvoll Figuren und etabliere sie vernünftig, erzähle sie ordentlich und dann hast du, ich finde, einen runderen, besseren Film. Worüber ich noch ganz kurz reden möchte, und dann können wir gerne nochmal über den Schorken oder die Bösewichte reden und dann auch gerne zu eurem Spoiler-Part kommen. Ich sagte ja schon, also ich habe ja diese unglaublich stimmungsvolle Review damit eingeleitet, dass ich gesagt habe, huh, hat Chris Rock einen Gastauftritt? Ja, das kann man jetzt hier, glaube ich, auflösen, hat er nicht. Überraschung, ich weiß. Aber hattet ihr nicht auch das Gefühl, dass die Figur des Mike Laurie, also von Will Smith gespielt, so ein bisschen auch wirkt, als ob er so ein bisschen Buße tun würde? Also es wirkte ganz seltsam auf mich, also verglichen zu den Teilen davor, gerade durch die ersten beiden, hatte ich schon das Gefühl, Mike Laurie wird noch ein bisschen mehr positioniert, als so ein bisschen Sunny Boy, aber der netten Arzt, so als ob Will Smith mir sagen möchte, pass auf, was da 2022 passiert ist, war echt scheiße, aber pass auf, ich will es doch, euer Will. Fand ich zumindest, oder geht es nur mir so, Zero? Also ich habe das eher mit den Geschehnissen aus dem dritten Teil mir erklärt, dass er sich da immer noch Mitschuld gibt, dass der Käpt'n halt nicht mehr da ist. Und dafür dachte ich, okay, darum ist er jetzt ein bisschen, komm, wir machen mal ein bisschen ruhiger. Er hat jetzt ja dann auch eine Frau und ich habe das eher damit verbunden. Kurze Frage, Zero, die Frau, wie heißt die nochmal? Hast du es überhalten? Bärbel. Er weiß es noch. Okay, verdammt. Na, Kleine, wie heißt du? Bärbel. Timo, hast du vielleicht so ein bisschen, roch es für dich ein bisschen nach Wiedergutmachung? Ich hatte diverse Anknüpfungspunkte für den Real Will Smith. Also ich fand auch schon wie du, dass ich ein ganz komisches Gefühl im Bauch hatte, was diese ganze Nummer angeht. Und ich muss auch sagen, dass es wirklich seltsam, also diese ganze Nummer, wir wollen jetzt nicht über die Person Will Smith nochmal zehn Minuten reden, aber dass der Chris Rock eine gedroschen hat, weil der seine, muss er damals schon sagen, nicht mehr seine richtige Frau seien eine Frau und das hat nichts mit Besitzen oder so zu tun, aber er hat ja quasi, er ist für seine Frau in die Bresche gesprungen, die ihn betrogen hat. Und es wirkt dann schon ein bisschen seltsam, dass dieser Will Smith, also Mike Lorien dann im Film, heiratet. Also, Entschuldigung, das ist ein Spoiler, aber sorry. Ja, ganz ehrlich, aber das war auch so ein Moment, wo ich dachte, oh cool, er heiratet also die Frau aus dem dritten Teil. Und dann so, hä, wer ist das? Nee, doch nicht. Okay, ja, was soll das? Er heiratet seine Therapeutin. Ja, aha. Cool. Wie heißt die Frau? Egal. Genau. Bärbel. Und ich dachte so, was soll das? Und diese ganze, das ist ja, das mag ja lustig sein oder kann lustig sein, wenn Figuren so Rollen tauschen. Also, wenn aus dem einen der andere wird und andersrum. Also, wenn jetzt aus Martin Lawrence, der vor so vorsichtig war, so ein edgy Draufgänger wird und andersrum, kann irgendwie, wenn man das gut erzählt, kann das lustig sein. Aber hier ist es halt so, dass du denkst, nee, funktioniert nicht. Und ich finde gerade, was Mike Lorien angeht, hier, nee, also, da ist mir zu wenig jetzt lustig gewesen. Also, ich musste schon wirklich arg schlucken, dass diese ganze Drogenkartellnummer irgendwie ihn so zu dem gemacht hat, was er ist und dass er deswegen so fancy Designer-Klamour und trinkt und nicht, weil er so viel Kohle von seinen Eltern oder Großeltern oder was auch immer geerbt hat. Aber so irgendwie, ich finde, ich habe es schon mal erwähnt, das eine ist für mich der größten Probleme dieser Reihe, die Figuren sind nicht das, was sie vorher waren und die verändern sich irgendwie je nach Film und das ist etwas, was ich nicht so gerne mag. Mich hat das mal schon gestört, das habe ich gar nicht erwähnt, im dritten Teil gibt es auch diese Szene, wo er diesen Metzger foltert, der von DJ Khalid gespielt wird und der taucht jetzt auch im vierten Teil wieder auf und der foltert ihn ja im dritten Teil. Das kann man drehen und wenden, wie man will, auch, dass dieser Khalid als Filmfigur ein Arschloch ist, aber er wird gefoltert. Und im vierten Teil wirkt das auf mich so, ja, er will jetzt Rache dafür, dass er gefoltert wird, was ich verstehen kann, aber dann ist auch wieder Will Smiths-Figur so drauf, ja, den habe ich mal gefoltert, komm Leute, come on, wer kennt das nicht? Ich musste halt, ich brauchte Informationen, was soll ich da machen? Jack Bauer gefällt das. Ja, und da bin ich, ich, pass auf, ich möchte niemandem was vorwerfen, wenn es ihm oder ihr nicht aufgefallen ist oder egal ist. Das ist okay für mich. Eben sei kein schlechter Mensch, aber ich merke für mich einfach, dass es, je älter ich werde, desto mehr Probleme habe ich damit. Und das ist so eine Art von ätzender Komik, die ich nicht als schwarzhumorige Komik wahrnehme, sondern die ich echt als scheiße wahrnehme. Jetzt habe ich es gesagt. Und ich finde auch, Will Smith hat da so eine, so eine krasse, fährt da so eine krasse Doppelmoral, wenn man so daran denkt, dass er mal Django spielen sollte bei Tarantino und sich ja mittlerweile rausredet und sagt, ja, ich habe den nicht gespielt, weil ich fand, das war nicht der Main-Charakter, sondern das war ja Dr. Schulz. Und du denkst so, nee, ich glaube wirklich, dass du Angst hattest um deinen Saubermann-Image und deswegen hast du den nicht gespielt. Und gleichzeitig hast du aber vor, ich weiß nicht, Jungle Unchained ist 2012, glaube ich, da hast du vor zehn Jahren, hast du Bad Boys 2 gedreht. Da warst du halt ein, also eigentlich ein wahnsinniger in Polizeioniform. Also das hat dir nichts ausgemacht, dass du durch Kuba durchgerast bist mit dem Hammer, durch irgendwelche Wellenblech-Baracken und da irgendwie wahrscheinlich zig Leute drauf gegangen sind. Das hast du nicht geblickt. Das war also für deinen Saubermann-Image okay. Das verstehe ich halt nicht. Er spielt in Independence Day 2 nicht mit und killt damit ehrlich gesagt die Fortsetzung. Was macht er stattdessen? Ah, Suicide Squad. Ah, er spielt einen Bösen. Das könnte mal interessieren. Ach so, er ist doch Familienvater und ist eigentlich doch nur ein guter Killer. Na gut, dann da. Aber man muss sagen, er war immerhin ein schlechter Vater in After Earth als Cyber Rage. Den habe ich noch nicht gesehen, muss ich zum Beispiel sagen. Das ist doch besser so, glaub mir. Ich fürchte auch, also ich hoffe auch. Mir ist auch aufgefallen, ich hatte nie was gegen Will Smith, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mochte den mal total gerne. Der hatte für mich einen einnehmenden Charme. Also der war auch immer gelaunt. Ja, so damals im Kino Independence Day mit dem Black, das waren Höhepunkte damals der Blockbuster-Kultur, gar keine Frage. Aber ich muss auch sagen, so schlimm ich Bad Boys 2 finde, ich finde, ich gucke mir lieber Will Smith als Arschloch an wie als Tränenzieher wie in Sieben Leben oder Verborgenen Schönheit. Das sollte auch gesagt sein. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, der Mann hat und nicht erst seit dem Oscars-Snap für mich auch irgendwie sein Mojo verloren. Das ist für mich keine Persönlichkeit mehr, die mich wirklich abseits davon, ich kann es aus Pressegründen vorab sehen, wirklich ins Kino zieht. Das war früher immer anders. Früher war Will Smith, das war der Fresh Prince, der stand für ein unglaublich unterhaltsames, aber auch durchaus kreatives Kino. Also Man in Black 1 ist immer noch unglaublich spaßig. Und mittlerweile wirkt es halt wirklich so, spätestens seit dem Oscars-Snap, wie halt jemand, der auf Teufel komm raus, es irgendwie allen recht machen möchte. Guck mal hier, ich kann emotional, guck mal hier, ich kann spaßig sein, guck mal hier, jetzt kann ich auch böse sein. Aber alles davon ist so, es wirkt immer so ein bisschen halbherzig. Und halbherzig ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, denn wir haben noch kein bisschen darüber geredet, was denn die große Gefahr im vierten Bad Boys ist. Und da jetzt an euch bei die Frage, weil ihr ja unbedingt einen Spoiler-Part braucht oder wollt und ich möchte dem mich entgegenstellen, ist es jetzt die Zeit für den Spoiler-Part, weil wir jetzt über die Schurken reden? Oder sagt ihr, das geht noch ohne? Wir können ohne Spoiler-Part noch sagen, dass den Bösewicht, dass ich den sehr austauschbar fand und mich lange Zeit gefragt habe, wer das ist, also vom Schauspieler her und weil ich das Gesicht irgendwo erkannte, aber nicht in der Zusammenstellung von Haaren und Bart. Und es ist tatsächlich ein Schauspieler, den man aus Grey's Anatomy kennt, dessen Namen ich leider schon wieder vergessen habe, weil ich Grey's Anatomy leider nie gesehen habe. Dankeschön. Den habe ich, das Gesicht kenne ich, habe den nie da gesehen, weil ich Grey's Anatomy immer nur als passiver Teilnehmer mit meiner Frau zusammen irgendwie ertrage, gucken musste. Machen wir gucken draus, gucken musste. Genossen hast, ja. Total super Serie, ganz toll. So viele Staffeln, also wer so viele Staffeln hat, muss erfolgreich und gut sein. Ich fand den sehr wenig erinnerungswürdig, weil er irgendwie, er macht zwar ein paar böse Sachen, wie so ein Bösewicht mittlerweile macht, aber ich finde so, ich finde es reicht nicht, ihm so eine aufgesetzte Backstory zu geben und dann, dass er so zwei, drei böse Sachen macht und dann irgendwelche Leute entführt. Das reicht mir einfach nicht. Deswegen fand ich den schade. Also er hätte vielleicht was werden können, aber ich finde auch so, so dass die Reihe selber, wenn wir jetzt so alle drei Teile nehmen oder alle vier mittlerweile, hat nie durch große, gute Bösewichte überzeugt und das macht bei vier, ich finde Teil vier macht da keine Ausnahme. Wobei man da sagen muss, finde ich, im ersten Teil hast du diesen Chikikario, der einfach nur ein fieses Arschloch ist. Im zweiten Teil hast du diesen kubanischen Gangsterlord, der so übertrieben ist, dass der dir zumindest in Erinnerung bleibt und die vögeln den Ratten in seinem Keller. Aber im dritten Teil, und das hattest du ja gerade eben auch schon, ich habe den gestern gesehen und ich überlege gerade, wer war noch im dritten Teil der Schurke? Ich weiß es nicht mehr. Und ich glaube, wenn dieser Podcast bald zu Ende ist, dann werde ich Eric Dane auch vergessen, weil das ist so ein 0815-Schurke, der ist halt böse, weil er böse ist und du erfährst so ein bisschen von seiner Backstory und dass er mal eine kolobianische Pediküre oder Maniküre bekommen hat, was auch so eine Szene ist, wo ich denke, okay, danke für den Gewaltmoment, aber wirklich weiterbringen tut er einen jetzt auch nicht. Aber ansonsten ist das vom Schurken her auch wirklich so eine Luftnummer. Und Zero, ich habe so ein bisschen, ich würde mir jetzt echt wünschen, dass du jetzt in Gegenschauers sagst, Leute, ihr habt gar keine Ahnung, Eric Dane als Schurke ist einfach mal richtig geil. Das ist der Blofeld, des Bad Boys-Universums, aber ich habe glaube ich jetzt Gefühl, dass du wieder beiträchtest, oder? Nicht ganz sogar. Ich habe die Anfangsszene, glaube ich, oder die zweite Szene mit ihm, als er dort jemanden erpresst, dann ist er einfach mal, da fand ich ihn schon eigentlich da gut eingeführt, auch hart eingeführt. Da habe ich erst kurz gesagt, wow, hier geht es ab diesmal, jetzt ist aber richtig was dran, weil er halt sehr skrupellos in dem Moment ist. Und da sage ich, okay, das kann gut werden, der zieht durch. Er zieht aber nicht die ganze Zeit durch. Das ist halt sein Problem. Aber ich kann auch mal Nebeninfos droppen, nämlich aus dem dritten Teil ist doch ganz klar, wer Bösewicht war. Das war Wilson, der Sohn. Und die Hexe. Ach ja, stimmt, wir haben gerade eine Mutti. Aber doch, ich wollte gerade sagen, doch unter sehr straffer, enger Führung durch Mutti. Das darf man ja nicht vergessen. Ja, okay, siehst du mal, das ist, ja, das spricht nicht gerade entweder für mein Gedächtnis oder für den Film oder für beides. Okay. Also, aber wir, ich glaube, wir sind uns im Großen und Ganzen dann schon einigermaßen einig, Eric Dane, nichts gegen ihn als Schauspieler, weil das, ich glaube, das liegt mehr am Drehbuch als an ihm. Ja, glaube ich auch. Aber es ist jetzt kein Schurke, wo du sagst so, also es ist jetzt kein Anton Chico, ne, das, das, das ist nicht, gar nicht. Ich glaube, das braucht so einen Film auch gar nicht. Aber ich, ich saß halt schon im Kino und hatte so Momente, wo ich mir überlegt habe, wer war jetzt nochmal der Schurke? Der sieht halt aus wie, sorry, der sieht einfach aus wie einer von der Truppe ist. Ob der jetzt der Chef ist oder der andere Breite da. Sie sind auch noch fast gleich gekleidet, überwiegend. Es fällt wirklich nicht auf. Es gibt ja auch noch, wenn man so will, einen zweiten Schurken. Das ist das, das ist auch eine neue Figur und das ist halt, wie ich es zu Beginn des Podcasts gesagt habe, es kommt eine neue Figur und du kannst nach einer Sekunde schon abwägen. Gut, böse. Und ich war mir bei dem, bei dem Eric, wie heißt der, Eric Kane? Dane. Bei Eric Danes Figur auch nicht sicher, weil ich es in der ersten Szene nicht verstanden habe, ob er quasi noch jemanden über sich hat und das wirkte so und er wird ja wahrscheinlich die Kartellbosse noch über sich haben, aber die werden halt hier erwähnt und mehr nicht und deswegen bleibt er so ein bisschen, ich dachte am Anfang, ist das wirklich der richtige Bösewicht oder ist das so der, der Henchman, der dann so quasi den Bild abmacht für den richtig Bösen und dann war es mir wirklich ein bisschen zu wenig. Ja, ich muss auch sagen, er hatte für mich auch mehr so die, die Ausstrahlung eines Henchmans. Absolut. Gary Busy oder Busy in Lethal Weapon, der da so die rechte Hand ist, der am Ende aber den großen Kampf mit Ricks machen darf oder haben darf. Das war so für mich der Charakter und da hätte er auch vielleicht dann überzeugen können, aber so, weiß nicht. Es läuft ja auch wenn ich so auf so einen Showdown hinaus, der dann irgendwie, also zumindest zwischen den einzelnen Protagonisten, dass das dann irgendwie, das ist so, zwar typisch Bad Boys, aber da fehlt mir einfach auch was. Wann habe ich viel gemäkelt? Egal. Folgendes, wollen wir jetzt zu einem Fazit kommen und dann den Spoiler-Part machen oder wollt ihr lieber erst spoilern, weil ihr selbst sagt, es wird nicht so viel sein, es wird nicht so wild sein? Ich würde erst mal ein Fazit machen und dann spoilern wir kurz. Gut, dann ist es Fazit-Zeit und wer fängt denn an? Ene Miene Miste, es rappelt in der Kist. Weil ich glaube, dass er den Fazit-Part positiv abschließen wird. Stell dich mal Zero an Anfang, äh an ins Ende meine ich und Timo von Kost. Ich bin selber überrascht, dass er mir im Vergleich zum dritten Teil ähnlich gefallen hat, denn er ist nicht richtig gut, er ist auch nicht richtig schlecht, er ist einfach sehr beliebig in vielen Szenen. Er sieht aber, und das habe ich noch nicht erwähnt, deutlich besser aus als der dritte Teil. Ich weiß nicht, ich habe jetzt Budget nicht recherchieren können, weil nichts steht in der IMDb. Ich würde wetten, dass der ein bisschen mehr gekostet hat und dass die Drehbedingungen vielleicht auch ein bisschen mehr on location waren, denn der sieht deutlich praktischer bei den Effekten und deutlich handgemachter aus, als der davor. Trotz Drohnen-Shots, trotz viel Kamerawirrwarr, trotz Ego-Shooter-Perspektiven sah der besser aus als Teil 3 und da muss man den beiden, also Adil und Bilal, muss man schon echt, also Hut ab, was jeder so auf die Beine stellt, weil das ist immer noch kein 200-Million-Dollar-Film, sondern wahrscheinlich ein 100-plus-x-Million-Dollar-Film und dafür ist der schon, also der fährt schon dick auf am Ende vor allen Dingen. Den kann man machen, ich glaube, der geht vielleicht mit ein, zwei Pilz in der Hand sogar noch besser klar, als wenn man den nüchtern und vielleicht sogar noch alleine gucken muss. Ich glaube, das ist nichts, was man unbedingt im Kino sehen müsste, muss ich ehrlicherweise sagen, auch wenn die Bildgewalt am Ende sicher ein bisschen da ist, aber ich bin gespannt, wie der beim Box-Office performen wird. Ich meine, die Franchise oder Reihenfilme versuchen mittlerweile ja alles, um die Zahl möglichst unkenntlich zu machen, indem sie so einen Untertitel kreieren oder so einen Doppelpunkt-Titel. Ich bin sehr gespannt. Also wenn der besser performt als der von mir ja sehr geschätzte Furiosa, dann bin ich ein bisschen pisst. Ich mache mal weiter. Ich glaube tatsächlich, dass der Film ordentlich abliefern wird im Box-Office. Ich habe gerade mal geguckt, er soll ein geschätztes Budget von 90 Millionen haben. Doch, sogar unter 100. Krass. Ja. Und dafür sieht er wirklich gut aus. Ja. Das kann ich nämlich abnehmen, abschreiben. Ich bin eigentlich genau wie bei Timo, also wie das Timo auch sagte, er ist jetzt auch nicht so scheiße, ich weiß, wir haben jetzt über eine Stunde lang eigentlich nur drauf rumgehauen, so. Aber ich habe mich jetzt auch nicht geärgert. Ja. Also zum Vergleich, nach Bad Boys 2 habe ich mich geärgert, da würde ich die Wand anschreien und war mit der Welt fertig. Nach Bad Boys Ride or Die dachte ich mir so, ja gut, war jetzt nichts Großartiges, aber es war jetzt auch nichts Schlimmes. und wenn ihr Fan der Reihe seid und auch den dritten Teil mochtet, dann geht da rein, dann werdet ihr zwei Stunden lang eine gute Zeit haben. Ich für meinen Teil fand's okay, sehe tatsächlich mehr Gutes als Schlechtes und trotz allem, was, ja, so, routiniert. Es ist so ein routinierter Film, im Guten wie im Schlechten. Und da ja Routine tatsächlich anscheinend sehr gut ankommt im Box-Office, sehe ich es auch so oder glaube es tatsächlich, obwohl wir einen Fall Guy haben und einen Furiosa vor allem, dass der Film vermutlich wesentlich erfolgreicher sein wird. Und das macht mich jetzt schon sehr, sehr traurig, weil, Leute, bitte, wenn ihr überlegt, Bad Boys 4 oder Furiosa, dann bitte guckt euch Furiosa an. Der ist auch nicht perfekt, aber der ist, und da müssen wir nicht lange drüber reden, der ist besser. Ja. Du musst an dich darum gehen ins Kino, verdammt. Ja, wirklich. Aber wie gesagt, wer in der zweiten Woche nach Furiosa Stadt immer noch nicht drin war, der interessiert sich dafür auch wahrscheinlich gar nicht. So, das habe ich jetzt hiermit gesagt. Sorry, ich rede wieder zu viel und zu lange. Ich mache es kurz. Ich habe Bad Boys 3, zweieinhalb von fünf Sternen genehmt gegeben in Betabox und ich würde Rider 3 das gleiche geben mit der Option, dass der bei einer eventuellen Zweitsichtung, die aber vermutlich erst in fünf bis sechs Jahren stattfinden wird, vielleicht um einen halben Stern wächst oder fällt. Also von mir aus routinierter Film, nicht mehr, nicht weniger. Und jetzt endlich, der Mann, die Legende, der Mann, der diesen Film jetzt richtig abfeiern wird. Er hatte viel einstecken müssen in den letzten 70 Minuten ungefähr, aber jetzt ist seine Stunde gekommen. Zero, bitte dein Fazit zu Bad Boys Ride or Die. Ich finde das so lieb, aber so super fand ich den ja nicht. Aber egal. Ich muss wirklich sagen, ich bin mit viel, viel, viel Vorschusslorbeeren in den Film gegangen, habe mich da richtig drauf gefreut, dachte mir, ey geil, das wird bestimmt ein richtig schönes Actionfest. Ist es in Teilen geworden, wenn die Action da ist, ist sie auch überwiegend gut, mal sehr, sehr gut und mal halt nur gut. Aber für mich macht das halt den Actionfilm noch nicht ganz rund, denn die ganzen Comedy und ja eher Slapstick-Gedöns-Parts, die reißen mich da doch sehr oft raus und damit verliert er mir sehr, sehr viel an Ansehen und ich hätte halt wirklich, ich brauche es da härter, ich brauche es da abgedrehter, ich brauche es menschenverachtender, wie wir das schon vorhin gelernt haben. Dann eher wie Teil 2, aber schwierig. Leute, wenn ihr Bock habt, so ein bisschen Spaß wollt, nehmt euch was zu trinken, haut euch da zwei, drei Pilzken in den Kopf, da habt ihr bestimmt eine richtig coole Zeit. Wenn ihr aber einfach da reingehen wollt und sagt, ey, ich will jetzt mal wieder ein richtig schönes Actionfest sehen, na komm, dann bleibt zu Hause, guckt euch, Leads of the Weapon, die ganze Reihe an, da habt ihr mehr von. Okay, dann, das ist unser Fazit, jetzt kommen wir zum Spoiler-Part. Wie schon erwähnte, ich persönlich finde das in einem Film nichts Besonderes ist, was man spoilern könnte, aber ich, ja, ich mach jetzt mal Uri Geller und sage, Timo, das Date ist hier. Ich mach's wie Mike Laurie und sag einfach, verschwinde du Penner, uns mach dich kalt. Ich finde, also ich hab das vorhin schon mal im Cast erwähnt, ich fand's sehr mutig, dass sie in Teil 3 etabliert haben, dass eigentlich nicht jeder sicher ist und gleichzeitig fangen sie hier am Anfang an, nachdem einer, Entschuldigung nochmal an die HörerInnen im Spoiler, im Nicht-Spoiler-Teil, das wir gespoilert haben, dass Martin, äh Martin sag ich schon, dass Mike Laurie heiratet, aber es ist irgendwie auch, es ist ja im Endeffekt egal, wie es du ja auch richtigerweise gesagt hast. So, bei der Hochzeit passiert etwas mit Markus, der kriegt da nämlich einen Herzstillstand. Es tut auch voll leid, dass ich dabei lache und man denkt so, ja, es kommt halt von den ganzen Skittles, die irgendwie auch aus dem Nichts kommen, dieses Device, dass der also auf Skittles abfährt, also hallo, Product Placement, auch das wieder ein Bay ist, wie ich finde. Aber habt ihr gedacht, dass sie das wirklich jetzt machen? Also ich muss dazu sagen, ich kannte ja keine Trailer und deswegen hätten die Trailer ja durchaus so geschnitten sein können, dass sie verschleiern, dass Martin Lawrence, also Markus Burnett, ins Gras beißt. Hattet ihr wirklich kurz Befürchtungen, dass der rausgeht oder nicht? Mir ist egal, wer zuerst will. Also es war so, im Trailer siehst du das nicht. Da wird auch gar nicht darauf eingegangen, dass der einen Herzinfarkt hatte. Okay. Aber ich dachte mir halt folgendes, also die Szene kommt, ich muss sagen, die fand ich auch sehr stark umgesetzt, weil da hat man nochmal gemerkt, wie sie visuell erzählen, hat auch Vorteile. Das klingt richtig geil, ja. Er fällt halt so auf die Tanzfläche und so ein bisschen Zeitloop und Kameradreherei, das ist nur Michael Bay. Und dann kommt aber ihr Approach, weil dann fällt er so von der Tanzfläche ins Wasser hinein. Und das sah einfach saustark aus. Das war wirklich eine ganz tolle Szene. Ähm, ich hab aber nicht damit gerechnet und nicht geglaubt, dass er wirklich drauf geht, weil ich dachte mir, wer braucht diesen Film? Will Smith. Will Smith braucht diesen Film vermutlich mehr als Martin Lawrence. Der hat nämlich überhaupt keine Karriere mehr, ja. Und ich glaube, wenn das Drehbuch da vorgesehen hätte, hey, der Bad Boys, und wisst ihr was, wir machen aus Bad Boys nur Bad Boy, hätte, glaube ich, Martin Lawrence gesagt, Alter, leck mich am Arsch. Nein. Also ich geh ja nicht drauf. Vor allem auch, weil sie ja quasi auch so ein bisschen den dritten Teil spiegeln. Weil das ist ja auch so, dass Will Smith halt eben auch erschossen wird. Und das hatte ich ganz vergessen. Der wird ja nicht nur an der Schulter getroffen, der wird ja regelrecht durchsiebt und überlebt das. Und von daher hatte ich tatsächlich diesbezüglich keinerlei Sorgen, dass es irgendeinem der beiden Hauptfiguren ans Leder geht. Jero, wie war das bei dir? Hattest du schon den Edding rausgezogen und wolltest aus Bad Boys Ride or Die Ride or durchstreichen und nur Bad Boys Die reinschreiben? Oder wie war das? Durch die Trailer an null. Also dafür war die Szene ja auch deutlich zu früh. Da habe ich ja andere Szenen schon noch im Kopf, die noch kommen müssten. Also da war ganz klar, da muss jetzt irgendwas passieren. Oder sie drehen ganz durch und machen da so eine Ghost Story draus. Aber das war nur ganz kurz im Kopf und zum Glück kam es schnell wieder weg. Ja, nee, der muss dann irgendwie weiter machen. War es wahrscheinlich meine Trailer-Ignoranz, die dazu geführt hat. Ich weiß gar nicht, wir haben im Nichtspoiler-Teil hätten wir es vielleicht erwähnen können. Die Frau Theresa wird ja jetzt von einer neuen Darstellerin gespielt und ich wusste das, weil Theresa Randall ihre Schauspielkarriere einfach beendet hat. Die hatte ja auch nicht mehr, viel mehr in den letzten Jahren als die Bad Boys-Filme gemacht und hat jetzt einfach aufgehört. Ich finde es relativ interessant, dass der Film das einfach so macht, wie man es früher gemacht hat. Nämlich so wie bei Roseanne. Ja, es ist halt eine neue und fertig. Also es wird gar nicht großartig, thematisiert, denn auch da mit der Figur wird ja nichts gemacht. Also wirklich gar nichts, außer dass sie einmal Süßigkeiten wegräumen muss und quasi sagt, übrigens, du bist jetzt Vegetarier. Ja, und ich glaube, also mir ist es zum Beispiel gar nicht aufgefallen, was eben auch daran liegt, dass halt eben, wir haben vier Filme jetzt verteilt auf 30 Jahre. Ich glaube, wenn das jetzt so zehn Jahre wäre, dann wäre es glaube ich was anderes und hey, wenn Theresa Randall sagt, sie geht in Rente, dann sei ihr das gegönnt. Und wie du schon sagtest, die Figur an sich ist ja auch egal, ganz ehrlich. Ich glaube sogar, es wäre für mich absolut okay gewesen, wenn ihr gesagt habt, ja, Mutter ist gerade irgendwie in Kur. Okay, sei es drum. So ein bisschen wie Boris Blocksberg, weißt du. Ich hätte mir auch eher vorstellen können, dass sie sagen, ja, Mutti ist halt unterwegs mit den Jungs, weil die kommen ja auch nicht drin vor. Er hat ja ein paar mehr Kinder, wie du auch schon erwähnt hast, die sind ja auch einfach nur weg, weil wahrscheinlich die Schauspieler gar nichts mehr machen oder woanders tätig waren. Und da hätte es auch einfach ein bisschen rausschreiben können. Wie das der Reggie macht, wenn der ständig auf irgendwelchen Missionen ist. Der ist ja nun GI oder Soldat oder bei der Army und der kommt ja wohl gerade von der Mission zurück. Also wie der dann immer, ja gut, ich habe männliche Biologie ja auch verstanden. Das heißt, er kann ja auch dann einfach rattig geil nach Hause kommen und dann seine Frau schängern. Egal. Ich habe noch eine Sache, die ich fragen wollte. Diese Figur von Mr. Fantastic. Ich kann den immer nicht aussprechen. Ian, du kannst es besser, du. Ian Griffith. Ja. Findet ihr nicht auch? Also die spielt ja den neuen Partner von der Rita und ist irgendwie ambitionierter Staatsanwalt und will Bürgermeister von Miami werden. Und man hat von Anfang an das Gefühl, wie Stu das ja auch schon sagte, deswegen, wir sind im Spoiler-Teil, wir dürfen das jetzt sagen, der verrät die Ehe. Das ist doch völlig klar. Also der gehört auch zu dem Bösen. Und ich finde, dass diese Figur einfach, die kann komplett raus aus dem Film. Also die hat nichts zu tun, außer dass sie dieses, ha, ist das einer von den Guten oder von den Bösen? Und du sitzt da eigentlich als zumindest halbwegs erfahrener Genre-Gucker und denkst, ja, klar ist das der Böse. Also zumindest einer von den Bösen, oder? Ja, total. Und ich meine, er hat halt zumindest diese Fahrstuhlszene mit der Rita. Wobei, was ich da auch seltsam empfinde, Rita wird im dritten Teil ja wirklich als Badass etabliert. Die kann sich wehren. Und da wirkt es fast so, als ob sie kalt gemacht wird von einem Politiker. Ja, das war ein bisschen seltsam, aber okay, sei es drum. Aber ja, ich habe auch bei ihm nichts gegen den Darsteller an sich. Auch das ist ein Drehbuchproblem, aber du siehst ihn halt und weißt sofort, okay, das ist dann vielleicht nicht so der, das ist so der, der Geschäftsmann-Bösewicht. Es gibt so den, die Action-Bösewichte, das ist Eric Dane und dann gibt es den Geschäftsmann-Bösewicht. So ein bisschen wie in Leap of Weapon 2, um mal wieder Leap of Weapon zu erwähnen. Das ist ja auch diesen, diesen Diplomaten und seine rechte Hand. Nenne ich einfach Adolf, genau. Genau. Schön. Scheiße. Okay, ja, das mit den Diplomaten-Dingen, das ziehen sie aber auch beim Ende halt nicht ganz durch. Ich glaube, auf ihn wird ja dann auch von seinen eigenen Leuten da irgendwie geschossen. Also ganz so wichtig kann er denen dann ja auch irgendwie nicht mehr gewesen sein, wo die große Ballerei losgeht. Aber ich hätte da, da hätte ich mir erhofft, das ist ja immer doof, wenn man sich was wünscht, was nicht passiert, aber da hätten sie halt die Ehefrau weglassen können, dass sie jetzt halt, die Rita mit ihm da zusammen ist und dann sie irgendwie gekidnappt wird, weil das hätte sich mit dem dritten Teil viel besser verstanden. Das sind dann eine Figur, die wir kennengelernt haben, die wir auch mögen, ich fand die immer sympathisch, auch im dritten Teil, die dann irgendwie in Bredouille kommt, erklärt ja auch noch, warum die dann alles losreißen müssen. Aber einfach eine Person, die wir als Zuschauer gar nicht kennen, war ganz schwierig da zu sagen, jetzt, ja, dann ist sie da halt jetzt gekidnappt worden. Aber das ist ja das, was der Film, das ist ja, finde ich, sein wirklich vielleicht größtes Problem, dass der diese Busladung voll Figuren ja auch beschäftigen muss und deswegen wird natürlich nicht nur die Frau von Mark, äh, von Michael Sessions, von Mike Laurie gekidnappt, sondern ja auch noch die Enkelin vom Käpt'n. Also das ist ja alles irgendwie miteinander so verwoben, dass jede Figur ja auch am Ende irgendwie was zu tun haben muss und wir haben, ich hab ja gesagt, diesen Ian Griffith da, den braucht's nicht, den braucht's wirklich nicht, aber damit die anderen was zu tun haben, damit zum Beispiel auch der Armando so seinen Ahr kriegt, deswegen sind ja die anderen Leute da, das ist halt so, wir wollen, ich hasse diese Phrase, ist von der KI geschrieben, es ist aber wirklich so das Gefühl, dass man manchmal da so sitzt und so von Seite zu Seite neu überlegt, so, Moment, wir müssen das jetzt aber schlüssig zu Ende bringen, ja, dann macht der das und der und der und der und es kommt halt nie aus den Figuren motiviert, sondern aus der Drehbuchseite und das mag ich nicht. Diese eine Szene, die du gerade angesprochen hast, wo dann diese Enkelin von dem Howard dann plötzlich bei der Ehefrau von Mike Laurie auftaucht, das war der Moment, wo ich dachte, Leute, ey, ernsthaft, warum steht die jetzt da, weil es war klar, was passiert. Allgemein, diese ganze Familie von Howard, Captain Howard, hätte man nicht gebraucht, ich mein, hey, ich hab mich gefreut, die Rhea Seahorn aus Better Call Saul zu sehen, aber letztlich, Ach, da kannte man die, okay, ich kenn ja keine Folge Better Call Saul, okay, weil neben mir waren so, ah, aber genau dafür, für dieses, ah, das ist dafür, für die Figur da, ist einfach zu sagen, ah, die aus Better Call Saul, weil du hättest diese Figur auch ausnehmen können, sie bringt nichts, es tut mir leid, natürlich gibt's da auch so ein bisschen, ja, emotionales Gewicht, weil die natürlich um ihren, äh, um ihren Vater trauert, aber sorry, das, das ist einfach nur draufgeklatscht, um halt eben diesen Ah-Effekt zu haben und, ganz ehrlich, er hätte länger gehen können, ich finde, mit 150 Minuten, ich hab nachgeguckt, ist der sogar noch, äh, recht kurz, das sind heutige Blockbuster-Verhältnisse, aber er wirkt halt um einiges länger und das hätte man verhindern können, wenn man ihn wirklich in den Figuren um einiges entschlackt und, wie gesagt, die Familie Howard hätte es nicht gebraucht und diese eine Szene, das war wirklich für mich der absolute Tiefpunkt, wenn, äh, die Enkelin dann plötzlich bei Mike Laurie's Ehefrau auftaucht und mein erster Gedanke war, cool, jetzt hab ich hier zwei Figuren, wo der Film sagt, die sind unglaublich wichtig und nur beiden Figuren weiß ich den Namen. Ja, super, ne? Und bei dieser, äh, die ist ja dann, die Tochter von Captain Howard ist ja US-Marshal und da hatte ich so krasse Luke-Hopps-Vibes aus Fast Five und ich hatte auch das Gefühl, der ganze Film... Fehlte das Babyöl noch. Stimmt. Ich hatte auch das Gefühl, die Drehbuchschreiber, das sind ja, glaube ich, drei, vier gewesen, dass die definitiv gesagt haben, ey, das ist so unser Brückenteil für, jetzt gehen wir richtig groß, so wie bei Fast Five, wobei auch das Gefühl hat, das Franchise wurde nochmal so derbe aufgepumpt, nicht nur durch die Arme von Dwayne The Rock Johnson, sondern durch auch die, die Figuren, die sind alle zusammengeschoben worden. Ey, ich würde mich nicht wundern, wenn der fünfte Teil relativ zügig kommt und das noch mehr nimmt und noch mehr Leute und ich weiß nicht, ob ich das so geil finde. Nichts gegen Rhea Seon, aber das ist kein Action-Darstellerin. Der graupe ich dir und den Marshall auch nicht ab. also, und es muss sich ja jeder Marshall messen lassen an Sam Gerrard, also an Tom Lee Jones und da stinken die halt alle ab, finde ich. So, Zero, sag du noch was dazu, da machen wir jetzt auch Schicht im Schacht und moderieren ab. Ich würde jetzt noch schnell meine vorgespoilerte Spoiler-Szene jetzt raushauen, zum Ende, wie ich meinte. Genau. Da geht's nämlich, wir sind in so einem Krokodil-Park am Schluss, im Finale und da ist so ein riesen, mega, Uhrzeit, mieses, fieses Krokodil, so ein weißes, so ein Albino-Krokodil und normale Krokodile sind auch und zwischendrin werden anfangs erst so ein paar Bösewichte ins Wasser geschmissen und die werden von den normalen Krokodilen komplett zerfetzt in dem Wasser, wo ich sage, ey geil, das nehme ich noch. Dann kommt es aber weiter, dass unsere beiden Hauptprotokonisten natürlich genau da reinfallen, durch natürlich für eine Dummheit von Martin Lawrence, wo halt dieses große, große Krokodil ist und er macht natürlich auch, wie er die ganze Zeit schon, ruhig, ruhig, ruhig und dann beißt das wie ihn, jetzt mal ernsthaft, die anderen werden von normal großen Krokodilen zerfetzt und der Arm von ihnen ist da drin, das Krokodil, ey, das hätte doch den Arm einfach abgerissen. Es war doch ein rassistisches Krokodil, das ist doch kein Geschmack. Also ich weiß, was du meinst, aber ich muss sagen, ich hatte da irgendwie meinen Spaß, weil mir war klar, so was, die Wikipedia, diese Location, oh übrigens, by the way, da ist so ein angeblich so ein riesengroßes Albino-Krokodil und dir ist halt sofort klar, alles klar, cool, warum nicht, kann funktionieren und ab dem Moment habe ich mich immer gefragt, okay, wer wird jetzt von diesem Krokodil zerfressen? Ist es Eric Dane? Ist es dieser bätige Sidekick von Eric Dane? Oder ist es der Business-Bösewicht, dieser Irgend Ruffert? Und ich hatte damit relativ, ja, Spaß jetzt, das ist übertrieben, aber ich fand's okay, okay, wenn man natürlich realistisch betrachtet, ist es schon sehr seltsam, dass Martin Lawrence seinen Arm noch hat, das sei gesagt, aber ich muss dem Film zumindest geben, hey, das war zumindest mal eine Idee, also das hatte was, also die Ausführung ist nicht ideal gewesen, aber als es so hieß, oh, das ist übrigens ein riesengroßer Albino-Krokodil, die dachten mir so, okay, ja doch, das Ding viel versprechen. Ich hätte sogar fast noch mehr drauf machen können für mich, finde ich, also ich hätte da so drei, vier Kills noch mehr gut haben können, ich weiß, dann wird der Film vielleicht irgendwie so halbwegs so ein zehnminütiges Creature-Feature, aber da hätte ich Bock drauf gehabt, gerade weil der Bildabsoor, ich bin ein Albino-Krokodil, der ist so und so groß, da dachte ich so, okay, da müsst ihr dem aber auch drei, vier Momente geben und gerade die Szene mit Martin Lawrence fand ich gar nicht so schlimm, denn ey, durch den Film nach Herzgestand und nach dem, was wir auch noch nicht gesagt haben, nach dem behaupteten, ich bin unsterblich, ich kann jetzt, ich kann nicht sterben, nochmal, dachte ich so, okay, das ist ein guter Gag, wenn ihr das jetzt macht und das war mäßig lustig, aber zumindest war die Ausführung ganz okay. Aber wie gesagt, ich hätte da echt noch zwei, drei Kills mehr gesehen und hätte da so gedacht, lass das Krokodil das für uns machen, wir spielen das so quasi so, wir spielen nicht die Bälle zu, sondern die Leute, die er dann fressen kann. Ja, cool. Ich möchte noch eine letzte Sache sagen, diese eine Szene, wo nämlich Martin Lawrence glaubt, er ist unsterblich und er rennt über die Straße, da dachte ich mir so, ich müsste mal wieder Baufingers große Nummer gucken. Das ist ein sehr schöner Film, der uns übrigens zu einem, ich kann immer sagen, einen Teaser bringt, nämlich genau die gleiche Fraktion, nämlich Onkel Timo, Tante Zero und, hab ich jetzt Tante Zero gesagt, sorry, die drei alten Onkels hier, die werden sich nämlich demnächst sogar im Kino Beverly Hills Cop 4 angucken. Das sei ja schon mal so angeteasert, leider aus Embargo-Gründen werdet ihr diesen Podcast aber erst zum Start bei Netflix hören können, aber mal gucken, wie sich dann der alte Axel Foley dann schlägt, denn willst du etwa Axel F gerade machen? Ich hab's so schlecht gemacht, hoffe ich, dass wir keine GEMA bezahlen müssen, ich hab aber überraschenderweise ein bisschen Bock. Ja, ich nicht so, aber ich bin aber auch nie so der allergrößte, Beverly Hills Cop Fan, was natürlich heiß ist. Ich auch nicht, aber ich mag Teil 1 und Teil 3. Okay, ich muss tatsächlich die Teile jetzt nochmal nachholen, weil ich die ja, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich Teil 2 überhaupt einmal ganz gesehen habe, deswegen ist der bei mir trotz Tony Scott, irgendwie hab ich kaum Erinnerungen an den. Ich dachte immer, Top Gun ist der einzige Tony Scott Film, den ich nie im Ganzen gesehen habe am Stück, aber es ist ein Zweit, er und Top Gun, also Beverly Hills Cop 2 und Top Gun. Gut, aber gut. Haben wir eine Aufgabe für die Woche. Ja, wir drehen uns so ein bisschen im Kreis, wir wollen aber nicht Abschied nehmen. Es ist so ein bisschen wie Will Smith und die Bad Boys 3, wir wollen einfach nicht richtig hier gehen. Aber gut. So, ich sag jetzt einfach mal auf Wiedersehen. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr diesem Podcast beigewohnt habt. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir drei hatten ihn, wenn nicht, ist es mir auch egal, zumindest wenn jetzt Timo sagt, es war Scheiße, who cares, denkt dran, wir haben eine Webseite www.tele-stammtisch.de da findet ihr alle unsere Podcasts und noch viel mehr. Außerdem gibt es uns überall dort, wo es Likes und Podcasts gibt. Da könnt ihr uns auch hören, abonnieren, kommentieren und bewerten, natürlich mit der Höchstwertung, weil wir sind einfach großartig. Und, wenn ihr jetzt sagt, boah, so diese geilen drei Mauerfucker, mit denen würde ich auch gerne mal ein bisschen reden, ja, auch mal ein bisschen privat, vielleicht auch Fotos austauschen, könnt ihr machen. Wir haben einen Community-Discord-Server. Tim, ich bin durch. Es ist schon spät, es tut mir leid, ich habe das Ohr vergessen. Timo, kannst du uns kurz sagen, wie kommt man denn zu diesem Discord-System? Den könnt ihr zum Beispiel in der Folgenbeschreibung, könnt ihr auf den Link klicken, ansonsten, überall wo es Likes gibt, werden wir in den nächsten Wochen den immer mal wieder penetrant euch posten, damit ihr zu unserer Community gehört. Ihr sollt zu uns kommen, kommt zu uns, kommt zu uns, kommt zu uns, kommt zu uns, genau, genau. Oder aber ihr gebt einfach einen tele-stammtisch.de slash Discord, so kriegt das auch hin. Das geht auch. Habe ich jetzt gerade eben ganz schnell recherchiert. So, damit habe ich jetzt meinen Sold getan. Timo war eh sehr aktiv heute. Zero, ich will ehrlich sagen, bei Beverly Hills Cop musste ein bisschen was ja rausgehen. Ich freue mich auf Beverly Hills Cop auch. Also ich habe mich auf den Film jetzt gefreut, eigentlich doll. Und auf Beverly Hills Cop bin ich auch vorsichtig neugierig. Das wird in der zweite Teil unserer Reihe Timo uns zu zerstören Seros Träume. Ich freue mich sehr darauf. Ich sage jetzt noch einmal Tschüss, dann sagt der Timo Tschüss und dem Zero gebühren die letzten Worte. Tschüss. Wenn ihr auch, wie gesagt, du schon meinte, bei unserem Discord vorbeischauen wollt, dann seid ihr halt auch Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Und das Tele-Standtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.